Hey, Internet, hallo. Alle Bots, rein in den Stream. Ich grüße. Wen grüße ich? Ich grüße zum Ersten, also ich grüße erstmal die Echsenmenschen. Das ist mir besonders, das liegt mir am Herzen. Wer von euch würde sich zur Gruppe der Echsenmenschen zählen? Die möchte ich als allererstes begrüßen. Da ist schon Dragon Lear, stimmt. Gut, Dragon Lear ist offensichtlich, das ist klar. Dragon Lear ist offensichtlich, mehr Echsenmensch geht ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja wohl absolut klar. Wen haben wir noch? Nikola ist auch da. Nikola zähle ich auch zu der Gruppe der Echsenmenschen. Also Dragon Lear und Nikola, die haben wir schon mal begrüßt. Mensch.exe, auch da. Ilseum, finde ich auch gut. Das ist sehr schön. Ich grüße euch. Nikola, bist du noch da oder habe ich dich jetzt vertrieben? Man weiß es nicht ganz genau. Ich bin ein Alien. Ja, geht ja weiter. Also die Echsenmenschen grüße ich. Grüße ich. Dann grüße ich alle Leute mit Füßen. Alle Leute, die Füße haben, grüße ich. Dann grüße ich die Aliens. Alle Arten von Aliens. Es gibt sehr viele. Ich schere alle über einen Kamm. Da bin ich nicht so. Die grüße ich auch, die Leute. Dann grüße ich alle Leute, die atmen und Menschen, die gut riechen. Hartman ist lame. Ja, muss man mal grüßen. Das ist doch, muss man auch erst mal grüßen, die Leute. Leute, kannst du nicht, kannst du mir, kannst du nicht von ausgehen, dass hier, dass es lame ist. Musst du machen. So. In den letzten zwei Jahren Weizen gegessen haben. Ja, die grüße ich auch. Haben wir alle. Man muss nicht riechen, wenn die Nase verstanden. Riechen ist sehr subjektiv. So. Jetzt kommt erst mal mein Highlight an dieser, äh, an dieser beginnenden Jahreszeit. Freunde. Könnt ihr euch vorstellen, was mein Highlight ist an der, ähm, jetzt beginnenden Jahreszeit? Grundsätzlich, also, Moin Nikola, da bist du ja endlich. Der Moinik. Ich grüße euch sofort. Ich muss erst wissen, was ihr sagt. Schnee. Schnee finde ich geil, ja. Weihnachtskekse finde ich geil. Winterruhe. Ja. Können Tiere machen. Ich brauch's ja nicht, wisst ihr ja. Ähm. Weizen. Ist auch geil, aber kannst du anders. Die Vernichtung von Gamestar am Weekend ist nichts, was man zeitlich gesehen jetzt hat. Äh. Im Jahr. Sondern. Ohne Jacke draußen frieren und mit dem Laden schwitzen. Ohne Jacke draußen frieren und mit im Laden schwitzen. Achso, mit Jacke im Laden schwitzen. Das ist doch top. Das ist wirklich top. Das ist geil. Aber es ist was ganz anderes, Leute. Ich gebe euch noch drei Chancen. Die nächsten drei Meldungen im Chat. Wenn die nicht passen, dann gibt es aber eine Strafe. Also, was ist das Geilste für mich jetzt hier gerade? Sagt es mir. Kommt mal drauf. Ihr kommt da schon drauf. Komm. Geht's raus. Erster Schneefall. Spekulatius. Kaffee. Kaffee ist immer geil. Wir sind verloren, oder? Ihr seid verloren. Das Geilste an dieser Jahreszeit ist natürlich die wunderbare Mandarine. Leute. Er hat die Mandarine. Und wisst ihr, was noch besser ist? Das ist eine Mandarine. Zwei. Zwei Mandarinen. Habt ihr den Mandarinen-Schein? Ich weiß nicht. Ihr braucht einen Mandarinen-Schein für diesen Stream. Jetzt mal ganz ehrlich, Chat. Wer von euch findet eine Mandarine richtig scheiße? Clementin. Kannst du auch so sagen. Wer findet es richtig scheiße? Es gibt doch niemanden, der diese Frucht nicht mag, oder? Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal Realtalk. Wer mag es nicht? Gibt es eine Person, die das hier nicht isst? Wuppi-Bütti? Wuppi-Bütti? Mag das nicht? Dein Sohn ist nicht im Stream. Ey, aber die kannst du doch geil schälen. Ist doch easy. Ist Top-Tier. Das ist ein richtiges Esstier. Das ist eine richtige Esstier-Frucht. Wirklich. Futterig seit der Woche durchgehen. Nicola Weiß ist als Echsenmensch. Nur die sind scheiße, die scheiße schmecken. So ist es. Na klar, gibt es auch hier Unterschiede. Es gibt hier sogenannte Fake-Mandarinen. Die sehen aus wie eine Mandarine. Die fühlen sich auf den ersten Drücker an wie eine Mandarine. Innen drin ist aber Bullshit. Wanderer 2378 schreibt, brauche ich nicht unbedingt. Hab mich als Kind damit überfressen. Wirklich? Du bist in den großen Topf mit Mandarinen gefallen? Sind aber Clementinen. Ey. Willst du mich verarschen, Dämonic Fox? Wo ist der Unterschied zwischen einer Mandarinen und einer Clementine? Die Größe oder nicht? Wie willst du das jetzt hier feststellen? Wie groß der Eumel ist? Kannst du nicht feststellen. Fanta-Mandarine war der Shit. Friday Night Live, auf dich kann man immer zählen. Für einen Qualitätskommentar. Fanta-Mandarine. Clementinen sind gesünder, fruchtiger, weniger Kerne. Ich glaube euch nicht. Ich sage euch, für mich ist das... Guckt euch das an. Das ist Perfect Perfection. Hier. Mit dem kleinen Luki. Das ist Perfection. Und es riecht fantastico. Ihr wisst genau, wie es riecht, oder? Jetzt mal ehrlich. Es riecht fantastisch. Es ist einfach... Schale auf die Heizung. Es ist einfach... Jetzt könnte man gleich durchgucken. Kann man hier ein bisschen mein Auge sehen? Ah, nee. Riecht mal. Riecht mal dran. Du weißt genau, wie es riecht. Das ist geil. So, das habe ich mir vorbereitet. Für diesen Stream. Jetzt weg mit dem Müll. Auf die Heizung damit. Wir haben ja nix. Bilder riechen. Schon sehr geil. Siehst du, Nicola fühlt das. Nicola fühlt das sehr. Aber die Hände riechen danach die ganze Zeit auch nur nach Mandarine. Ja, und das ist doch geil. Das ist doch gut. Jetzt, pass auf. Jetzt machen wir einen Test. Einen Crunch-Test. Mh. Mh. Das ist gut. Und wisst ihr was? Das ist mein persönlicher Lifehack. In Kombination mit Kaffee, ne? Mandarinen oder lass es eine Clementine sein. In Kombination mit Kaffee ist so eine verrückte Kombi. Das ist wirklich absolut crazy, wie das zusammen schmeckt. Mandarine, mein neuer Sponsor. Nee, mein neuer Sponsor ist Leben. Leben sponsert mich. Und vorher Zähneputzen. Wieso Zähneputzen? Wer von euch sagt auch, Zähneputzen ist überbewertet? Wir sind doch Kassenpatienten. Wofür gibt es Zahnärzte? Putzt euch weniger die Zähne. Holt euch den Mundgammel. Wofür gibt es Zahnärzte? Habt Zahnschmerzen. Nur Loser. Siehst du, Friday Night Live ist dabei. Nur Loser putzen Zähne. So sieht es aus. Wer von euch ist auch Kassenpatient? Das ist unsere gemeinsame Basis. Der kleinste gemeinsame Nenner von uns hier ist die Krankenkasse. Ihr habt das zuerst gehört. Ich bin halt gut drauf. Merkt ihr das? Kommt viel Bullshit raus. Gefällt mir. Ich wollte immer schon mal eine Punkband aufmachen. Wollte ich zum Amt gehen und eine Punkband aufmachen. Und ich will die sehr gerne die Kassenpatienten nennen. Ich finde eine Punkband, die die Kassenpatienten heißt, ist eine gute Punkband. Die Kassenpatienten heißt die. Klappergebiss. Punkband, die Kassenpatienten. Da steht Punk im Mittelpunkt. Mein Highlight zu dieser Jahreszeit ist mein Kamin. Ich meinte nach Zähneputzen, Orangen, SNSB. Okay, jetzt hat man es verstanden. Es gibt schon die Kassenpatienten. Oh, buh. Na gut, dann sind die wahrscheinlich auch geil, weil das ist eine gute Idee. Aber haben die auch den Hit, keine Zähne... Also pass auf, mein erstes Lied von die Kassenpatienten wäre, keine Zähne in der Fresse, trotzdem glücklich. Die Kassenpatienten an die Ärzte-Coverband. Das ist ja wirklich vertanene Liebe. Bei den Kassenpatienten musst du Lieder... Keine Zähne, kein Problem. Finn Böhl, wir sollten zusammenarbeiten. Keine Zähne, kein Problem. Ich bin Kassenpatient. Zahn um Zahn esse ich Mandarine-Mann. Okay, wir müssen jetzt wegkommen von diesem Thema. Das war nur meine Empfehlung und dabei habe ich auch nur noch drei Stücke übrig. Das ist gut. Habe ich gut überspielt. Weil ihr mögt es nicht, wenn ich während des Streams esse. Das verstehe ich auch. Nur hatte ich gerade so einen unheimlichen Hieper. Sagt mal bei Mandarinen auch Hieper. Oder geht das nur mal mit Nutella. Ich sage, ich hatte einen Mandarinen-Hieper und habe mir eine mitgenommen und wollte mir die jetzt reingönnen. So. Was? Jetzt müssen wir... Ich noch drei Bissen noch. Die nehme ich mir noch eben weg. Weil, wenn Mandarine liegt, das kennt ihr auch. Wenn Mandarinen... Vor allem Nikola wird es kennen. Ey, Nikola! Jetzt geht da ein Spieler mit Haus und Haus. Der geht zum... Der geht zum ersten Mal. Der geht zum ersten Mal. Der ging die ganze letzte Woche nicht. Und jetzt klappt es. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt geht der Snipe. Das ist ja hervorragend. Das ist mega witzig. Der ging... Wirklich dieser Snipe. Nikola hat so einen Snipe gebaut. Und dieses Overlay ist schon jetzt eine ganze Woche drin. Und es hat nie funktioniert. Es kam niemals die Werbung. Und jetzt auf einmal kommt sie. Das ist... Das ist ja nur Hammer. Nehme ich direkt raus. Ne, lass dich drin. Das ist witzig. Wir reden ja heute über Haus und Haus. Fruchtfliegenplage hatten wir im Dank... Hatten wir im Dank der Mandarinen im Laden. Hatten wir Dank der Mandarinen im Laden. Was hast du denn für einen Laden? Und die große Fruchtfliegenplage. Die Bibel berichtete schon über die große Mandarinenplage. Weg mit den Mandarinen. Die war schlimm. Es riecht sehr gut hier im Stream. Das riecht aber auch daran... Es riecht daran, dass ihr so gut riecht. Kommt wieder mal Jugendzimmer mit dir. Ich hoffe es. Ich habe Reinkür schon geschrieben. Ey, lass uns mal wieder ein Jugendzimmer machen. Können wir gerne. Ich habe auch ein paar Gastideen. Nächstes Jugendzimmer mit den Gamestar-Leuten. Die waren cool. Die sollen wiederkommen. Warte mal. Habe ich schon... Habe ich alles erzählt, bevor wir jetzt zum großen Haus-und-Haus-Thema kommen? Da werde ich erstmal ein bisschen bleiben, glaube ich. Habe ich schon alles im Vorfeld erzählt. Ich habe nur Bullshit erzählt. Mandarine und Kaffee. Da sind wir stehen geblieben. Darüber wisst ihr Bescheid. Das ist geil. Ach so. Diese Woche ist große Action in Berlin. Wer von euch wohnt in Berlin? Gibt es überhaupt jemanden, der in Berlin wohnt hier? Wer von euch wohnt in Berlin? Sagt es mir. Ich. Nö. Klappergebiss. Schweiz also nein. Oh, das ist auch schön. Schweiz ist gut. Bist du Native Schweiz? Oder bist du, bist du, äh, gönnst du dir nur die fetten Gehaltschecks in der Schweiz? Und fährst dann rüber nach Deutschland, um einzukaufen. So würde ich es machen. Kann ja auch nicht mein Native Schweiz sein. Bin ja ganz woanders geboren. Wenn ich in der Grenzregion leben würde, würde ich auf jeden Fall versuchen, in der Schweiz einen Job zu bekommen und in Deutschland mir den Scheiß einzukaufen. Immer schön die Cornflakes aus Deutschland mit über die Grenze nehmen. Das wäre mein Style. Wer macht, komm. Wer macht es nicht so in der Schweiz? Seid ehrlich. Wer macht es nicht so, ihr Schweizer? Nativa geht es nicht. Komm sogar aus Kanton. Aus dem Kanton Schweiz. Das ist schön. Ich liebe die Schweiz. Also die Schweiz ist wirklich, glaube ich, einer der schönsten Orte, wenn man von Ort sprechen möchte. Ich finde die Schweiz auch schöner als Österreich. Tut mir leid, Dragon Lear. Ich habe es hier gesagt. Ich finde die Landschaftlich, finde ich die Schweiz noch schöner, noch verrückter. Und es gibt Orte, da kann man einfach sterben, weil es einfach so viel Natur gibt. Aber es ist einfach so fucking teuer und da könnte ich nichts machen. Ich könnte da nichts machen in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, in der Schweiz was zu kaufen. Ich kann doch nicht für einen Kaffee, seid mir nicht böse, aber ich kann doch nicht für einen Kaffee acht Euro zahlen. Es geht doch nicht. Da bleibe ich doch lieber zu Hause. Das ist doch so. Also, ich komme aus Schleswig-Holstein, glaube ich, Schweiz ist mir zu hoch, mit Höhenangst. Ey, Quarkenbrücker Preise, ihr habt es hier zuerst gelesen im Chat, Quarkenbrücker Preise sind der Wahnsinn. Bei meinem Bruder ein Kaffee, easy. Bei meinem Bruder, also in der Bäckerei, belegtes Brötchen, kostet nichts. Wenn ihr mal richtig Hunger habt, kommt nach Quarkenbrück zur Bäckerei Krogmann, da ist alles schweinegünstig. Ich sag ihm das jedes Mal, Thomas, du musst teurer werden. Und er sagt immer, nee, 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 nee. Also, hin da, das ist einfach günstig. Und ist geil. Naja, Euro wird eh schwer. Ich will jetzt nicht über sowas reden hier. Geh mir weg mit deinem Geld. Geh mir weg mit deinem Geld. Solange du nicht im ersten Bezirk bei uns einen Kaffee holst, ist er hier unter 5 Euro. Ich hab's ja verstanden. So, Chat. Was ich sagen wollte, ist, am Donnerstag... Warte mal, wir gehen mal auf die Seite. Ich muss hier, ich muss Werbung machen. Lass dein Geld hier, aber wir reden nicht drüber. Das ist mein Motto. Wie viel Brötchen brauche ich, um 700 Kilometer zu kompensieren? Oh, das ist eine gute Rechnung. Wie teuer ist der Brötchenpreis bei dir? Sag mal. Bei Dudadai. Wie hoch ist der Brötchenpreis? Ich finde, wir sollten nicht in Öl oder in Gaspreisen rechnen, sondern wie hoch ist der Brötchenpreis? Das ist der Preis des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Waren ein Tag in der Schweiz 50 Euro für zwei Kakao, eine Pizza und zwei Eintritte in so eine Kirche? Ja, keine Ahnung. 1,50 halbes mit Käse, zwei Euro für ein Ganzes. 1,50 halbes mit Käse. Also eine Scheibe Käse drauf, nehme ich mal an. Zwei Euro für ein Ganzes. Genau. Aber ist da noch mehr Special Shit drauf? Ist da sehr viel Remoulade drauf? Ein paar Gurken, Tomaten, Hennemenzen? Das ist die Frage. Ich weiß nicht genau, ob Thomas da günstiger ist. Ich ruf ihn an. Ich ruf ihn direkt an. Ich ruf ihn direkt an. Könnt ihr das hören? Der macht wahrscheinlich gerade die ganzen Preisschilder neu, weil er hier diesen Stream gesehen hat und genau weiß, die Brötcheninflation. Da kommt was. Also ich habe versucht, meinen Bruder anzurufen, aber er ging nicht ran. Also müssen wir hier dieses ganze Thema. Wir brauchen den aktuellen Brötchenkurs. Darum geht es doch. Es geht um den aktuellen Brötchenkurs. Aber nichts zu machen gerade. Kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Plan. Nämlich darüber zu reden, was jetzt diese Woche abgeht. Na, normal oder belegt? Das können wir ja. Das hätte ich ja mit ihm besprochen. Das hätte ich ja alles mit ihm besprochen. Aber ich kann es doch. Ich weiß es doch jetzt auch nicht. So, kommt jetzt mein Computer rein. Moment, das muss ich hier abchecken. So. Ja. Gut. Computer ist drin. Manchmal. Manchmal. So. So. Also Leute. Am Donnerstag gibt es einen Auftritt. Und zwar in Berlin. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Im Sage Club Berlin. Das ist dieser Laden hier. Und es gibt am 24. November. Das ist der Donnerstag. Gibt es ein wunderbares Show. Bei Rock at Sage. Da kann man draufklicken. Da sieht man. Dass da irgendwie sauf viele Leute dabei sind. Hier zum Beispiel. Okay, ich stelle jetzt alles vor. Es ist ein bisschen witzig. Es ist. Zum Beispiel hier. Jupiter Gatling. Ist im Separé. Was auch immer das bedeutet. Dann haben wir Amokuma. Amokuma. Amokuma ist Nico. Der guckt auch diesen Stream ab und zu. Und ist ein sehr, sehr netter Mensch. Der macht diese Party rein hier. Der liegt auf dem Dragon Floor. Was auch immer das bedeutet. Dann haben wir Tenya. Oder Thinya AF. Auch Dragon Floor. Dann haben wir Mark auf dem Dragon Floor. Der Dragon Floor scheint der heiße Scheiß zu sein. Alter Schwede. Und dann haben wir Last Action Hero in der Main Hall. So. Das ist doch der Typ von Jennifer Rostock, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Die sind da alle irgendwie dabei. Alle sind irgendwie bei Jennifer Rostock. Hier die Typen auf jeden Fall auch. Blood Type. Keine Ahnung. So. Weiter geht es hier unten. Blood Type spielen live. Das ist auf jeden Fall Jennifer Rostocks Teil. Dann haben wir noch. Wo stehen sie? Anscheinend nicht mit Logo drauf geschafft. Die hübschen. Rocket Beans. Die hübschen. Also Tim Heinke. Und Daniel Schröckert. Ich weiß nicht, warum die beiden hier nicht drauf zu sehen sind. Weil die doch eigentlich ganz geil sind. Die sind auch da. Die machen richtig Remmidemmi. Und dann haben wir noch Evil Jared. Ihn hier. Und Krogmann. Das ist er hier. Und die sind auch da. Dann gibt es Free Shots. Ich hoffe, sie meinen damit Impfung. Freie Impfung. Für alle, die vorbeikommen. Und es gibt Cocktails. Und das ist diesen Donnerstag. Kommt doch vorbei. Es kostet. Auch jetzt. Guck mal. Auch Preis. Preislich gesehen meine ich. Es ist nicht zu teuer. Um 9 Uhr wird aufgemacht. Also 21 Uhr. Und es gibt. Also 10 Euro Eintritt. Das ist doch wohl ein Schnapper. Guck mal. Wie sind die ganzen Leute hier? Das ist doch nichts. Da verdienen ja alle nichts dran. Und genau das ist die Wahrheit. Wir nehmen einfach keine Kohle. Weil wir einfach sagen, wir haben Bock drauf. Ist echt die Wahrheit. Schnippi Schnapper. Kommt also rum. 25 Jahre Sage Club. Und ich glaube, das ist geil. Hey, da war ich. Da bekommst du doch so eine Maske. Okay, jetzt warten. Nee, nee. Nimmst du dann ein paar Shots mit uns? Ja, klar. Kann ich mir gleich einen Kaffee in der Schweiz von holen. Ja, du könntest. Exakt. Und das zeigt, wie günstig es ist. Du könntest einen Kaffee in der Schweiz dafür kaufen oder einen ganzen Abend Erfahrungen sammeln und viel Freude haben mit diesen Menschen. Ist das nicht gut? Komm, das ist doch gut. Oder? Ich finde es gut. Punkt. Ich trinke jetzt einen Schluck. Das ist in Berlin. So. Am Donnerstag. Und jetzt mache ich einmal Werbung dafür. Aber noch nicht offiziell auf Social Media. Nur hier im Stream. Exklusiv für euch einmal. Haha. Jetzt bin ich ja schon in Berlin. Ja? Am Donnerstag. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sagen... Kruckmann. Alter. Es ist Donnerstags. Neves Art, ich grüße dich. Ich kann Donnerstags nicht. Ich kann nicht professionell unter der Woche trinken. Ich kann nur Samstags. Habe ich was für dich. Und zwar... Alter, was ist hier? Was ist hier? Anruf. Thomas, wir sind gerade live im Internet. Ja, ich habe eine Frage. Wir sind gerade im Internet zu hören, ja? Ich habe eine Frage an dich. Warte mal. Ja. Jetzt kannst du erst mal die Zuschauer und Zuschauerinnen grüßen. Thomas, mein Bruder, ist hier. Du, einen wunderschönen guten Tag. Ich mache gerade Hexenhäuser, wenn ich es genau wissen will. Du machst Hexenhäuser? Ja, ich mag gerade Hexenhäuser. Lustige Schoko-Hexenhäuser. Schoko-Hexenhäuser? Ja, genau. Warum bin ich nicht da? Also gießen. Gießen, ne? Schokolade, weißt du? Schokolade, Vollmilch, schön laufen lassen. Ja, immer laufen lassen. Warm sollen sie sein und dann laufen lassen. Handwarm muss die Schokolade sein, ne? Thomas, das Schönste an dieser Jahreszeit sind für mich aber die Mandarinen, nicht die Hexenhäuser. Wie ist das für dich? Mandarinen, du weißt du, das ist ja, für mich gibt es ja nur Schoko im Moment, ne? Schoko, Lebkuchen und Häuser. Leider noch kein Glühwein. Kannst du mal einmal in dem Chat sagen, wie es bei dir riecht? Wie es riecht? Ja. Ein bisschen nach Lebkuchen. Ich habe übrigens auch Lebkuchen herzt, die auch lieben, ne? Ja? Voll schön. Ja. So wie auf dem Rummel, wie auf der Kirmes? Solche? Ja, da machen wir so, weißt du, so Sprüche drauf, wie, weiß ich auch noch nicht was. Ich bin ne geile Drecksau, zum Beispiel. Ja. So hab ich mir das vorgestellt. Ey, Thomas, wir sind gerade bei politischen Themen, also natürlich nicht, aber wir haben uns überlegt, dass, glaube ich, das Weltgeschehen abhängig ist vom Brötchenindex, der weltweite Brötchenpreis. Und ich habe gesagt, in Quagenbrück gibt es die günstigsten Brötchen. Günstiger als in der Schweiz auf jeden Fall. Wo liegen wir beim Weizenbrötchen gerade? Noch bei 40 Cent, aber wir werden auch auf 45 erhöht. 40 Cent, das ist ja nichts. Die anderen sind hier zwischen 45, 50 und ich glaube 52 oder so was. 40 Cent. Hier habt ihr es zuerst gehört, Leute. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Brötchen sind bei Thomas günstig. Das ist ja fast gratis, Thomas. Gratis, genau. Wie willst du denn dabei Geld verdienen? Ja, das ist schwer. Deswegen gibt es die Hexenhäuser. Ey, das lohnt sich ja fast, wenn man aus, da sollte man ja aus der Schweiz nach Quagenbrück fahren, das lohnt sich ja richtig, um einzukaufen. Wo liegen denn die Preise in der Schweiz? Ja, können wir mal einen Schweizpreis bekommen? Ein Weizenbrötchen Schweizpreis. Achtung, Thomas, das dauert ein bisschen, ist Delay. 20, 30 Sekunden Delay. Aber gleich kommt der Schweizpreis rein. Vielleicht sollst du das anpassen. Ich rühre so lange meine Schokoladeweißen. Die muss man immer in Bewegung halten. Dann glänzt die schön. Sonst glänzt die Schokolade nicht. Also hier wird gerade, hier werden mehrere Zahlen reingegeben, was ich nicht ganz glauben kann. Die erste Zahl war drei bis vier Euro. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde gerne eine Bäckerei in der Schweiz eröffnen. Und die nächste Nachricht, es waren 2,50. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber na gut, keine Ahnung. Aber ich glaube mal, doppelt so teuer auf jeden Fall. Also 80 Cent bin ich safe. Glaube ich schon. Wie liegen Sie in Hamburg? Ich weiß nicht, Thomas. Ich kaufe mir nur günstiges Brötchen. Du kaufst keine Brötchen. Nein, ich kaufe nur günstigen Toast. Ich kaufe den günstigen Toast. Einfach den, der weiß aus der Tüte. Das kann doch auch nicht wahr sein. Doch, den billigsten Toast aller Zeiten. Und weißt du was? Es ist geil. Ja. Die kann man auch platt rollen. Kannst du platt rollen. Kannst du in den Toaster schieben. Ist einfach Hammer. Also, ich habe hier keine guten Angaben. Aber in Schweizer Franken sind 1,02 Euro anscheinend. Keine Ahnung. Also, ein Euro vielleicht. Und was kostet ein Käsebrötchen? So ein Brötchen mit einer Scheibe Käse. Ein halbes. Was kostet das bei dir? Ein halbes? 90 Cent kostet ein Käse. 90 Cent. Ich habe es euch gesagt. Es ist am günstigsten. Es ist hier am günstigsten. Kommt nach Quarkmutter. Thomas, das war es schon. Das war das Neueste vom Brötchenpreisindex. Ich rühre meine Schokolade weiter und gieße die Häuser weiter. Wir rufen nächste Woche wieder an. Wenn es wieder heißt, wie steht es gesellschaftlich um den Brötchenpreisindex. So, wunderbar. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. Alter Schwede. Ohne Witz. Ihr habt es euch doch gesagt. Ich habe es euch doch gesagt. Eckreich Krogmann. Fahrt da hin. 90 Cent. 90 Cent hat er gesagt. Für ein Käsebrötchen. Wie willst du da was verdienen? Überleg mal. Wie kommst du da auf den grünen Zweig? Wie willst du da rauskommen? Ich sehe schon, wichtige Themen werden hierbei. Ja, das sind die Themen der Gesellschaft. Der Brötchenpreisindex. Wie willst du da aber in die schwarzen Zahlen kommen? Wenn du beim Brötchen 90 Cent nimmst für ein Käsebrötchen. Da kommst du doch nicht in die schwarzen Zahlen. Der Ofen muss laufen die Nacht. Damit holt man die Leute ab. Polarisierende, populistische Brötchenthemen. Absolut. So. Wir gehen wieder zurück nach Berlin. Und zwar habe ich erzählt. Ich weiß nicht. Ist das hier eigentlich drauf? Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Ah, ja, 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 ja. Star FM Club, Leute. Samstag, 26. Star FM Club. Merkt euch das? Denn hinter diesem Star FM Club, ja, am Samstag, den 26. im Franz, hier oben seht ihr es, in Berlin, steckt nämlich folgendes. Star FM. Star FM Veranstaltung. Und da möchte ich nämlich nochmal kurz drauf eingehen. Weil das ist nämlich jetzt, gleich kommt was Witziges. Hinter Star FM verbirgt sich, wo ist es? Wo sind wir denn? Dritter, Zwölfter. Sind wir nicht auf der Seite? Samstag. Doch. Star FM Club. Franz Club. Ah, ja. Hier, Main Floor, Special Guest, Evil Jared und Krogi. Da könnt ihr auch uns nochmal ersehen. Geht am besten zu beiden Shows. Das passt auch, ja. Und jetzt sage ich euch folgendes. Bei Star FM. Also die geilste Show gibt es am Donnerstag, ja. Sage ich euch ganz ehrlich. Da wird es richtig Hammer mit viel Feuer und so. Jetzt sage ich euch aber eine Sache noch. Die Gage für die Show am Samstag, ja, wird kein Geld sein für mich, sondern, jetzt kommt der geilste Schatz, darüber freue ich mich so. Sondern, das ist sogar so dumm, sondern Michael Krogmann bekommt natürlich Radiowerbung. Michael Krogmann bekommt natürlich Radiowerbung bei Star FM. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch hier im Stream zurecht machen. Wir werden uns schön, wir werden schön, äh, schön Radiowerbung schalten. Das in Berlin, schön bei Star FM. Oh, hier ist Krogi, ey, schaltet meine Drumstreams ein, Mittwochs 19 Uhr. Das wird so geil. Darüber freue ich mich sehr, ja. Das habe ich euch jetzt auch erzählt. War das klug, Krogi? Ich weiß es nicht. Aber Geld ist egal. Geld, was bringt mir das? Radiowerbung. Weißt du, wenn es zu Hause kalt ist, was hilft dir dann? Natürlich Radiowerbung. Das ist die Wärme, die ich brauche. Wie oft wird das dann im Radio spielen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben das alles irgendwie verhackstückelt. Es steht irgendwo. Es ist egal. Es ist geil. Man muss nicht immer das Klügste tun. Hauptsache, es macht Spaß. Genauso wie der Teaser. Der Teaser von, äh, hier bei Haus an Haus. Hauptsache, es ist spaßig, dann bin ich dabei. So, Haus an Haus. Haus an Haus, Rocket Beans TV. Kommen wir jetzt mal zum Thema. Kommen wir mal zum Thema. Was hat die GameStar geschrieben? GameStar fordert die Rocket Beans, akzeptieren weiter. GameStar fordert die Rocket Beans im Event Haus an Haus heraus. Wann wurde das veröffentlicht? Am 13.10. Hä? Am 13.10. wussten sie doch noch gar nicht, wer dabei ist, oder? Na ja, vielleicht doch. I don't know. Natascha war gestern übrigens auch in deinem Drumstream. Wirklich? Das ist ja nice. Hat sie sich, äh, äh, gemeldet? Die Werbung ist doch schon seit der Gamescom. Ja, aber die Besetzung war doch nicht klar, oder? I don't know. Aber ist auch egal. Also, wir gucken uns das mal an. Gehen mal der Reihe nach durch. Äh. Ach so, der Reihe nach durchgehen ist eigentlich was anderes. Nämlich. Pass auf. Michael Kruckmann. YouTube. Der Reihe nach durchgehen ist nämlich eigentlich hier. Eigentlich geht's hier los. Heute geht's. Schnauze. Und zwar hier. Ich habe das Video hochgeladen. Von der Fahrt. Die GameStar fahren bei mir im GTÜ. Talent Taxi mit. Das Video ist jetzt online. Und damit ging es eigentlich los, dass ich die lieben Leute, dass ich die lieben Leute ja abgeholt habe. Und pass auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Action mit den GameStar-Leuten war für mich toll. Das ist schon mal, das nehme ich schon mal vorweg. Es war für mich toll, weil die alle so unfassbar cool sind. Also, ähm, ich fand die Stimmung auch gut, wie es so ablief. Guck mal, jetzt hat er sich gerade verschluckt am Knäcke, glaube ich. Ist das schon das Knäckebrot? Ich glaube, ja. Oder hat er ein Brötchen dabei? Ja, Knäckebrot. Es gab nämlich Knäckebrot von der GTÜ. Also, Michael Obermeier, Maurice. Ihr wisst ja Bescheid, wer dabei war. Daniel sitzt in der Ecke. Dann Tascha und Jules und ich. So. Was wird da gezeigt? Was ist das? Da wird schon Bier aufgemacht. Herrlich. Finde ich auf jeden Fall gut. So, was ich sagen will, ist folgendes. Ich weiß ja auch nicht, wie diese Leute so drauf sind, wenn ich die abhole, ja? Was seid ihr alle freundlich zu hören? Das ist ja schlimmer als bei Star Trek Discovery. Nein, 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 nein. Ich wollte, pass auf, lasst mich ausreden. Ich wusste ja nicht genau, oder ich weiß ja nie genau, wenn ich Leute so mit dem Auto abhole, was mir übrigens sehr viel Spaß macht, wie die alle so drauf sind. Wie die so ticken im echten Leben. Und ich kenne alle so vom Sehen irgendwie oberflächlich. Vielleicht Maurice ein bisschen mehr. Aber eigentlich habe ich keinen Plan. Und ich muss sagen, man ist ja dann immer, wie soll ich das sagen? Also aufgeregt ist man dann, bin ich nicht so sehr, aber gespannt. Ich habe dann eher so, ich mache mir dann eher Gedanken, okay, wird es super unangenehm mit fremden Leuten Zeit zu verbringen oder wird es cool? Das merke ich aber relativ schnell, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Man hat ja irgendwie relativ flott so ein Gefühl füreinander, matcht das jetzt oder matcht das nicht? Wird es blöd oder nicht? Und da war es auf jeden Fall super angenehm. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und ich fand es auch geil, das muss ich auch nochmal sagen, dass Maurice direkt immer so auf Contra war. Das finde ich cool, weil das kannst du eigentlich nur machen, wenn du schon so eine gewisse Ebene erreicht hast. Weil wenn du halt dich nicht kennst oder keinen Plan hast, worauf du dich einlässt und dann sowas machst, dann ist das schnell sehr komisch. Aber das war richtig gut. Das hat mir irgendwie einen guten Vibe gegeben und da hatte ich irgendwie schon richtig Bock auf den Abend. Und habe die dann rumgefahren durch Hamburg. Eigentlich wollte ich länger mit denen durch die Gegend fahren. Ihr seht schon an der Länge des Videos. Die sind ja irgendwie erst hier ab der Hälfte eingestiegen. Was daran lag, dass die Fahrt dorthin sehr anstrengend war, weil es sehr viel Verkehr war. Also ich wäre gerne länger oder früher bei denen gewesen, dass wir mehr Zeit gehabt hätten, durch Hamburg zu fahren. Aber anders ging es halt nicht. Ja, und dann sind wir halt zu Rocket Beans gekommen und haben dort dann noch ein bisschen weiter gestreamt. Und es war halt super cool, weil es waren permanent irgendwie über 1000 Leute am Start. Selbst bei der Stummfilmbesprechung. Weil es lief auch bei der Besprechung so ein bisschen noch das Video. Das sieht dann so aus. Da haben wir aber keinen Ton. Da habe ich extra den Ton ausgemacht. Weil das waren die geheimen Besprechungen. Da wurde dann alles abgesprochen. Da wurde dann abgesprochen, Rocket Beans muss gewinnen. GameStar muss auf jeden Fall sauschlecht spielen, damit Rocket Beans gut dasteht in so einem Licht und so. Das wurde da alles besprochen. Natürlich nicht. Aber Besprechung ist immer gut, wenn man immer Fragen hat und so, wenn dann nicht der Ton mit aufgenommen wird. Ist ja klar. So, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Alle gut verstanden. Das war eine tolle Fahrt. Ich hoffe, ihr guckt euch das Video nochmal an, damit wir ein paar Klicks drauf kriegen. Danke nochmal an die GTÜ, dass wir das machen durften. War auf jeden Fall Hammer. So, und dann geht es los mit Haus on Haus. Wo haben wir es? Und da möchte ich eigentlich nur sagen, wo haben wir es denn? Hier, eins. Ist das eins? Das ist eins. Das ist eins. Haus on Haus eins. Los geht's. So. Da sitzen sie alle. Sarah, Janina, Wirt, ich, Michi, Jules, Tasha und Maurice. Und das war das erste Spiel oder vor dem ersten Spiel. Und ich glaube, also so viel kann ich sagen, mein Team hier, oder in dem Team, was heißt mein Team? In dem Team, wo ich drin war, das Team RBTV, war halt richtig stark. Auf jeden Fall. Und ich habe es gestern schon zu Michael Reinke geschrieben. Ey, Micha, es waren halt drei Tryhards und ich. Das meine ich auch ernst. Janina, Sarah und Wirt waren so, die haben so geil durchgezogen. Denen war das so geil wichtig. Und mir war es auch nicht unwichtig. Aber ich habe es, glaube ich, ich war ein bisschen entspannter drauf. Aber das war natürlich trotzdem ganz gut, dass die da so drauf waren. Die haben sich auch noch einen Tag vorher getroffen, ein bisschen zum Üben. Da konnte ich nicht. Und hatte eh noch andere Sachen zu tun. Und die drei haben auf jeden Fall gut performt. Also Wirt ist eh eine Maschine, wenn es um Videospiele geht. Der kann, glaube ich, ich weiß nicht, Wirt kann, glaube ich, alles. Tony Hawk kann da nicht so gut. Aber alles andere, da wird er sich auch reinfuchsen. Aber alles andere kann der einfach so aus dem Stegreif. Das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Der kann das irgendwie alles. Und ich könnte das stundenlang üben und wäre never ever auf dem Level. Sarah war ja auch irgendwie super vorbereitet. Ja, Nina ebenso. Ja, und dann kommen wir zu GameStar. Und bei GameStar muss man sagen, und das tut mir auch wirklich leid. Und damit bin ich auch wirklich nicht einverstanden, wie dann letzten Endes das Endergebnis war. Aber kommen wir Step by Step dahin. Die GameStar hatten halt zwei Ausfälle im Vorfeld. Ja, also dass jetzt hier die Tasche dabei ist, hat sie, glaube ich, erst, wenn ich das richtig verstanden habe, am Mittwoch vor Haus und Haus mitbekommen oder entschieden. Weil es da Ausfälle gab. Und die anderen haben ja auch irgendwie einen Job zu tun. Und ich verstehe das, weil ich konnte mich auch nicht so richtig... Also ich habe mich vorbereitet, aber ich hätte mich auch mehr vorbereiten können. Aber man hat halt To-Dos. Und wenn man nicht ewig zockt, immer diese Games, dann ist das auch nicht so leicht. So, das war auf jeden Fall bei denen ein großes Handicap, dass die da unvorbereitet hingegangen sind. Also sie zumindest. Und das fand ich auch cool, dass sie es dann trotzdem gemacht hat. Weil, ich weiß gar nicht, ob sie da wusste, worauf sie sich da einlässt. Wenn du halt vom Haufen Leuten im Internet zockst, dann kann das ja auch doof ausgehen. Ja? Aber das war ja überhaupt kein Problem. Letzten Endes fand ich es aber schon schade, dass das Endergebnis so war, wie es war. Weil, also das kann man schon mal vorweg nehmen, weil Spiele viel knapper ausgefallen sind, als das Endergebnis es vermuten lässt. Muss ich sagen. Also es ist viel, viel knapper. Und dementsprechend fand ich es schade. Aber fangen wir mal an. So, Games, erstmal hier Mario Strikers. Das war auf jeden Fall cool, hat Bock gemacht. Aber ist auch so ein Spiel, da weiß man nicht so richtig, also da weiß ich auch nicht so richtig, wie man da echt gut sein soll. Ich fand den Modus aber cool. Ich fand es immer gut, wenn alle viel gezockt haben. Das ist auch mein Learning noch für andere Sendungen, außer jetzt House on House. Also man könnte ja auch vieles übernehmen für andere Sendungen. Das fand ich richtig gut. Also Mario Strikers war zum Beispiel ein Spiel, was ich gut fand für ein anderes Turnier. Ich fand, House on House, auch im Nachgang, war richtig stark, wenn diese Teams zusammen gezockt haben. Das fand ich immer unterhaltsam. So. Und allein dieses Bild, da sieht man schon, alle haben Bock. Das finde ich, dieser Ausschnitt, das ist auf jeden Fall richtig schön. Alle haben richtig Bock. Und diese Hose von Jules ist einfach ein Träumchen, muss ich sagen. So, weiter geht's. Was kam als nächstes? Ich weiß es gar nicht. Minecraft. Wie fandet ihr diese Integration grundsätzlich der Community? Mir persönlich hat es sehr gefallen. Ich fand es sehr, sehr toll, dass wir diese Minecraft Games hatten. Weil irgendwie finde ich es besser, wenn sowas gemacht wird, ein paar größere Games, als wenn einfach nur auf der Website rumgehämmert wird. Was sagt ihr dazu, Chat? Würde mich mal kurz interessieren, was eure Meinung dazu ist. Zu der Zuschauer-Integration. War geil, leider haben sich wenige getraut mitzumachen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war es nicht so richtig klar im Vorfeld. Ich fand es auf jeden Fall super. Also das fand ich auch super zum Zuschauen. Jetzt wird auch wieder der Teaser eingebunden. Der kleine Snipe eingebunden. Funktioniert. Fand ich auch gut, schreibt Forrest. Johannes K. schreibt für Minecraft auch super. Hätte dann nur gerne noch mehr Mitspieler gesehen. Superspannend. Fand ich gut. Schreibt Mine Bayer. Zum ersten Mal fand ich Minecraft geil. Was habt ihr in der Zeit gemacht, wenn die Community gezockt hat? Pause tatsächlich. Da haben wir einfach Pause gemacht. Fand ich aber auch nicht schlimm. Zumal ich wirklich davon ausgegangen bin, dass es, wie viele andere auch, dass es noch wesentlich länger geht als 15 Uhr am nächsten Tag. Dementsprechend war ich auch froh um jede Pause, die es so gab. Aber es war einfach Pause. Okay, aber das fand ich auch super gut. Das fand ich einfach, ich fand es auch, es ist auch Gaming. Und fand es jetzt überhaupt nicht. Ich habe irgendwie Kommentare gelesen, wo es hieß, ja, es war irgendwie eher eine Werbeveranstaltung mit ein bisschen Game und Minecraft. Das fand ich halt nicht oder finde ich halt nach wie vor nicht. Also sehe ich wirklich komplett nicht so. Aber wir gehen gleich mal auf Kommentare ein. Das ist wirklich ganz, das ist meine Meinung. So, dann ging es weiter. Es gab Essen. Ähm. Und dann waren wir auch schon bei Day of the Tentacle. Da bin ich im Nachgang richtig happy, dass die Gamester-Leute das geholt haben. Wir waren auch nicht schlecht. Und den Anfang hatte ich auch noch ganz gut parat. Und Sarah auch. Aber dann fehlten so ein paar Sachen. Und am letzten Endes hat es an der Kurbel, äh, ist an der Kurbel gescheitert. Und ich bin jetzt ganz froh, dass, ähm, GameStar diesen, diesen wichtigen Punkt geholt hat. Was war es davor noch? Die haben davor noch schon einen Punkt geholt, oder? Oder nicht? Irgendwo gab es für die GameStar auch schon einen Punkt. Ah ne, danach. Ich fand Day of the Tentacle ein schwieriger Start, weil es so langsam ist. Hätte ich eher in ein paar Stunden später gesehen. Okay, das ist auch ein gutes Feedback. Die Positionierung der Games in Bezug auf Tempo. Finde ich, finde ich ein sehr schöner Hinweis. Von Nevis Art. Okay. Naja, das haben wir auf jeden Fall auch. Wie geht's weiter? So, das war dieses, wie ist das nochmal, dieses Spiel? Das ist ja dieses Contra-ähnliche Game. Habt ihr gerade noch den Namen parat, Chat? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Da steht's doch, Blazing Chrome. Blazing Chrome. Ne, steht hier direkt drüber. Also, man muss nur gucken. Das fand ich auf jeden Fall cool. Und da haben Janina und Wirt auch gut abgeliefert. Aber wer es halt wirklich immer carried ist, ist halt Wirt. Also, Wirt muss man echt sagen. Also, Janina hat auch richtig schnell Skill aufgebaut in dem Game. Auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Aber Wirt carried einfach so überragend immer in diesen Spielen. Und da ist es auch schwer dann für andere, glaube ich, dagegen zu kommen. Aber bei Blazing Chrome war es, glaube ich, auch nicht so unknapp, wenn ich ehrlich bin. Also, hier Michi und Tasha spielen anscheinend. Und die sind auf jeden Fall auch gut gekommen. Gut weit gekommen. Naja. Also, Wirt hat auf jeden Fall dort getragen. Dann ging's weiter mit Lonely Mountains Downhill. Sarah hat's gespielt. Hat, äh, Maurice das gezockt? Ne, Jules, ne? Jules hat gezockt. Achso, das hat er auch erzählt. Ich glaube, Maurice hat angefangen, hat dann abgegeben an Jules. Da fand ich's richtig krass. Und das fand ich auch wirklich zum Zuschauen sehr interessant, wie, ähm, Sarahs Lernkurve war. Das war richtig krass. Sarah fing halt an. Und Sarah war auch zu dem Zeitpunkt, das weiß sie auch, deswegen ist das ja auch kein Problem, wenn ich darüber rede. Sarah war, glaube ich, schon super aufgeregt, ähm, grundsätzlich am Anfang. Ähm, und hat das, ähm, und hat das, also die war wirklich, da hab ich mir kurz, also Sarah, da hab ich mir kurz ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Das weißt du auch. Weil da war sie wirklich so richtig im Modus. So wie so, ahhh. Ähm, aber krass, wie gut du da reingekommen bist, oder wie gut sie da reingekommen ist in das Spiel. Und irgendwann lief's halt richtig, richtig gut. Und ich glaube, bei GameStar lief's halt auch gut. Und das war auch wieder super knapp. In diesem Fall war's aber so, dass das Quäntchen Glück oder das Quäntchen Souveränität dann ja auf der GameStar-Seite lag. Und das war natürlich cool. Zu diesem Zeitpunkt war's ja auch noch super ausgeglichen. Da wusste man ja auch noch nicht, dass das so weitergeht, wie es weiter ging. Das war mega spannend. Konnte man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Äh, dann hatten wir mein Highlight, glaube ich. Ich glaube, das war wirklich mein Highlight. Call of Duty. Aus diesem Modus, wir haben nämlich One-on-One gespielt. Und es gab ähnliche Konstellationen von der Stärke, ja. Das fand ich richtig gut. Und daraus könnte ich mir auch irgendwie einen Abend vorstellen. Das hat richtig Spaß gemacht vor Ort. Das war so wirklich wie mit Kumpels abhängen und zu zocken. Aber auf so einem Level, wo man das schon ernst nimmt. Das war irgendwie so eine richtig schöne Erfahrung. Und ich finde es krass, dass ich das hier gerade so sage. Weil ich Call of Duty nie als Spiel gesehen habe, wo man besonders viel Bock hat, das zuzugucken. Das liegt aber auch zum einen daran, da ich als Zuschauer die Übersichtlichkeit bei Matches mit mehreren Teilnehmenden sehr schwierig finde. Ich finde, dann bleibt ganz viel auf der Strecke. Oder man ist halt im Game drin und spielt das immer und weiß genau, was abgeht. Dann hat man aber ganz oft diesen Dulli-Skill, was es dann langweilig macht. Aber in diesem Fall, One-on-One fand ich es richtig gut. Und ich fand auch schön in dem Modus, dass die Waffen vorgegeben wurden. Das fand ich wirklich richtig gut. Und da habe ich gedacht, ey, das kannst du doch öfter machen. Das war doch richtig geil. Aber Krugy hat gesagt, ja, hinne los, ende mich. Und meine Anfrage steht heute noch in der Strecke. Wo habe ich, wo ende? Bei Playstation oder bei Steam? Und das war einfach geil, weil es so übersichtlich war. Ich glaube, die Übersichtlichkeit macht den großen Unterschied. Wie gut können Leute folgen? Bei Tinder. Da habe ich natürlich mehrere Profile. Da habe ich natürlich 20 Profile bei Tinder. Kichel Mugmann. Eddie Michael Kroge. Ja, so was. Ohne die anderen. Kim Fliemann. Die ganzen Namen. Huge Gay. Getschwini. So was, solche Namen. Ja. Das sind meine Namen. Die Übersichtlichkeit war gut. Chat, jetzt sag mal Feedback. Also Call of Duty, machen wir das. Sollen wir das mal öfter bringen? So one on one. Hier, jetzt können wir den Chat lesen. Warum ist der Chat nicht da? Warum ist der Chat? Hier ist der Chat. Ja, Chat ist da. Also das ist wirklich krass. War Call of Duty wirklich ein Spiel, wo ich gedacht habe, dass das nicht cool ist. Aber ja, wir waren alle semi gut. Natürlich. Auch, ähm, weiß nicht. Ne, alle, also es ist halt ein Gamepad-Spiel, wenn du es auf der Playstation spielst. Und das war halt cool. Das fand ich wirklich gut. Und sonst hast du halt bei Multiplayer-Spielen ja immer die ganzen super krassen. Also hat es Bock gemacht. Der DMZ-Mode ist auch saugeil. Ja, den fand ich auch gut. Der Mode war richtig gut ausgewählt. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Okay. Call of Duty. Da machen wir mal eine Sendung drüber. Also genauso in diesem Modus. Leute vor Ort. Am besten die ganze Belegschaft. Und dann einfach den Meister, die Meisterin des Senders rausfinden. Bei Call of Duty war die Skill-Diskrepanz am geringsten. Deswegen war es am spannendsten. Ja, stimmt. Stimmt voll. Hallo Sebisch, ich grüße dich. Die Skill-Diskrepanz war auf jeden Fall nicht so hoch. Woran auch immer das gelegen hat. Keine Ahnung. Neues Format Casual Couch. Ja, nee, ich will gar kein neues Format haben. Mir geht es nur darum, was funktioniert. Und ich finde, aus Haus und Haus kann man auch einfach so ein paar Segmente rausnehmen, die gut funktionieren. So, weiter geht's. Wo sind wir? Bei Call of Duty. Das war halt auch super knapp. Ehrlich. Das war super knapp. Hätte Jules am Ende noch krasser abgeliefert? Oder hätte Janina irgendwie sich zweimal verklickt? Janina war ja auch super. Schaut's euch an. 13-13. Das war einfach richtig knapp. Und ich glaube, das hätte auch einen Unterschied gemacht für den weiteren Verlauf. Weil, ja, es gab dann leider wenig... Geiles Bild. Das ist ja ein Hammerbild. Es gab ja irgendwie wenig... Ich würde sagen. Irgendwann ist das Momentum ja so, dass man sich selber aus der Scheiße rausziehen muss. Und hier fing es an, glaube ich. Call of Duty hätte ein Punkt sein können, zugunsten von GameStar. Ganz oft. Weil es einfach super knapp war. Weiter geht's. Call of Duty, Call of Duty. So. Und Tetris war, glaube ich... Tetris war, glaube ich, so ein ganz krasser Gamechanger bei House in House. Ich hab... Wirt direkt nach Tetris... Direkt nach Tetris habe ich Wirt folgendes gesagt. Da war, glaube ich, dann auch wieder Minecraft oder irgendwas anders. Ey, Wirt, du hast mich oft beeindruckt. Und ich weiß, dass du gut zocken kannst. Aber was du bei Tetris abgeliefert hast... Das war unnormal. Das war etwas, was ich nicht erwartet habe. Weil das hat mich mehr beeindruckt, als wenn du irgendwie in Mega Man krass zocken kannst. Oder weiß ich nicht, die Contra-Spiele. Oder weiß der Geier was. Street Fighter. Das ist das eine. Da brauchst du Reflexe und alles ist cool. Aber was er bei Tetris gemacht hat... Da hab ich echt gedacht, er hat so eine super krasse Inselbegabung. Weil er... Wie lange ging Tetris? Wie lange haben wir Tetris gezockt? Tetris ging hier los. Okay, also 5,32. 5,32 bis... Er spielt noch immer. Okay, lass uns mal grob sagen, 15 Minuten. Lass uns mal sagen, das Game ging grob 15 Minuten. Und Wirt hat 15 Minuten, was ich super lang finde, alle Steine meiner Meinung nach perfekt gelegt. Und das in einem kranken Tempo. Und alle... Also ihr kennt alle Tetris. Ich kenn auch Tetris. Aber das hinzubekommen, dass der Kopf das schafft, das hat mich beeindruckt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das hab ich nicht gerafft. Das hab ich ihm noch direkt gesagt. Das war nicht von dieser Welt. Und ich glaube, hier sieht man auch schon... Maurice im Hintergrund, jetzt für euch klein dargestellt. Aber ich glaube, er denkt sich auch schon... What the fuck? Was... Was muss ich tun? Kein Plan. Und das wär mir auch so ergangen. Weil die waren ja alle gut. Und die haben alle gut Tetris gespielt. Passt ja. So, und dann sind sie auch wieder gut reingekommen ins Match. Mit diesem Rhythmus-Modus, wie man dann wieder zurückkommt. Aber Wirt war echt unschlagbar. Das... Da muss man einfach... Ey, das kann man auch nicht schönreden. Wirt war da einfach unschlagbar. Und das war sehr beeindruckend. Also ich würde gerne auch bei Wirt... Würde ich mehr Tetris sehen wollen. Das war wirklich krass. Leider war der Modus doof. Trotz des eindeutigen Skill-Unterschieds hat es ewig gedauert. Ja, das stimmt. Wirt hat es nicht geschafft, seinen Skill innerhalb von drei Minuten umzusetzen. Das hat einfach 15 Minuten gedauert. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Wirt nicht wusste, wie man irgendwie diese Special-Moves des Boss... Also als Boss nutzt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also... Mir war es nicht zu lang. War einfach spannend so zu schauen. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und dann ging es weiter. Und Maurice macht es auch nicht schlecht. Musste ich auch sagen. Die haben es alle nicht schlecht gemacht. Und ich glaube, Maurice war auch unterm Strich besser... ...als wir drei hier. Zumindest als... Besser als ich. Ich kann auch besser über mich reden als über die anderen. Da war er definitiv besser. Aber irgendwie, keine Ahnung, haben wir dann ja diesen Super-Tetris-Move gemacht. Und ich habe auch erst im Nachgang verstanden, wie krass unser Move war. Weil wir waren irgendwann in dieser Zone und ich schneide es erst jetzt. Und ich kann es euch auch jetzt erklären. Wir waren nämlich richtig krass, weil wir es geschafft haben, über diese gesamte Tetris-Linie... Hallo Hatschi, ich grüße dich. Über dieses gesamte Spielfeld. Mit diesen unheimlich vielen Blöcken. Also drei Felder zusammen. Weil wir es... Weil wir es da geschafft haben, einen Tetris zu machen. Und deswegen... ...haben wir dann auch letzten Endes den Punkt bekommen. Weil es ging der Reihe nach. Und dieser Block... ...hat einfach alles zerstört. Es hat bei ihm einfach... Seht ihr das? Was das für ein Angriff war? Das hat alles kaputt gemacht. Und das habe ich aber in dem Moment gar nicht gepeilt. Weil dieser Modus war sehr unübersichtlich. Und das war auch... Das war eigentlich auch unfair. Also eigentlich war das... Aber es war fair, dass das Team Rocket Beans gewonnen hat. Aufgrund von Wirts Leistung. Aber alles andere war da ein bisschen rigged. Muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. War ein bisschen rigged. Dann ging es weiter mit... Was war das? Treadnoughts. Ja, okay. Janina... Absolutes Tier bei Treadnoughts. Wahnsinn. Ich glaube, da war Janina fast besser als Wirth. Muss ich ehrlich sagen. Das war ihr Game. Also merkt euch das. Spielt nicht Treadnoughts gegen Janina. Das war auf jeden Fall krass. Minecraft, Minecraft, Minecraft. So. Dieses Escape Room Spiel. Ach, Leute. Leute, das bricht mir im Nachgang wirklich das Herz. Das bricht mir das Herz. Und zwar... Hat sich im Nachgang herausgestellt... Dass die Tascha hier... Dieses Spiel gut kann. Und ich glaube... GameStar hat es in... 45 Minuten geschafft. Dieses Spiel... Zu lösen. Und ich glaube... Die waren richtig happy am Ende. Moment, wo sieht man das Ende? Ich glaube, die waren einfach richtig happy. Und waren richtig glücklich, dass sie so gut waren. Weil die auch gut waren. Die haben es einfach schnell gelöst. 45 Minuten... Oder... Ja, ich glaube 45 Minuten waren es. Ist einfach saugut. Richtig, richtig gut. Ich warte auf das Bild, wenn wir uns alle sehen. Darauf freue ich mich. So. Gehen alles durch. Und ich glaube, alle denken sich... Guck mal, da ist auch Freude im Gesicht. Ich glaube, alle denken sich... Hey. Easy. Das war gut. Da kann man stolz auf uns sein. Hier natürlich schon Chill-Modus. Weil wir einfach schon lange durch waren. Und genau das ist der Knackpunkt. Wir hören mal rein. Das dauert um diese Uhrzeit vielleicht. Das sehe ich wohl ein, ja. Jetzt sind die nur noch zu zweit. Das sind hier 15, 19 waren das, ne? Mhm. Das sind... Ah, nee. 29... Aber dann ist Janina Escher. Da kommt die Einbindung. Ach so, da haben wir es schon die Gesamtzeit. Ja, gut, okay. Ich schätze ich es auch. Okay, können uns denn beide Teams hören? Korrekt. Hallo, Leute. So, dann kommen wir jetzt zur großen Auflösung. Mittlerweile hat sich hier Matthias zu uns gesellt. Guten Abend. Hallo, Matthias. Und Matthias wird euch jetzt sagen, äh, welche Zeit das Team GameStar erspielt hat. Also ganz starke Leistung von beiden Teams. Und Team GameStar hat eine Gesamtzeit von 46 Minuten und 46... Scheiße. Oh Mann, ist das traurig. Scheiße. Ja, aber natürlich weiß man ja schon, wenn das Team, was erst genannt ist, oder das Team, das erst genannt wird, von der Person, die die Punkte vergibt, dass das nicht unbedingt das beste Omen ist. Hören weiter. Sekunden. Also mal dafür kurzen Szenen. Absolut, das ist eine beachtliche Zeit. Doch, doch. Aber wir sind doch richtig schnell durchgerast. Gerade um diese Zeit. Aber wir sind doch richtig schnell durchgerast. Oh Mann. Ihr habt das sehr gut gemacht. Jedoch hat Team RBTV eine Gesamtzeit von 35 Minuten und 5... Scheiße, ey. Ja, und wir hatten halt Sarah. Und Sarah hat dieses Spiel alleine gezockt. Sarah hat so gecarried, ich raffe es nicht. Ich raffe nicht, was da passiert ist. Sarah und ich haben das ja beide gespielt. Und Sarah hat dann... Also sie hat auch gar nicht mehr erklärt, was sie tut. Ich konnte auch teilweise gar nicht nachvollziehen, was da passiert. Ja, gar kein Plan. Aber Sarah hat gesagt, mach das, guck da, dies, das. Und irgendwann habe ich dann vielleicht ein kleines bisschen helfen können. Aber im Prinzip, das war alles Sarah. Und hätte man dieses Spiel gespielt, ohne es jemals vorher gezockt zu haben, weil das muss man schon dazu sagen, Sarah hat es nämlich schon mal davor gezockt. Ich meine, die Tasche auch, aber bei Sarah war es anscheinend präsenter noch mit den ganzen Rätseln. Dann hätte man, glaube ich, locker dafür eineinhalb Stunden, zwei Stunden verbraucht oder es gar nicht geschafft. Wirklich. So wäre es mir ergangen. Und das ist auf jeden Fall... Also das war, glaube ich, so ein richtiger... Das war so ein richtiger Bruch. Ich glaube, da ist es in den Köpfen von der GameStar. Nach Tetris. Nach Call of Duty. Call of Duty war knapp. Jetzt noch dieses Ding. Was hier auch knapp war. Ich meine, ganz ehrlich, hier seht ihr die Gesamtzeiten. 46... 46 ist mein Kopf. 46, 46. Versus 35. Das ist schon sauknapp. Weil wenn du an einem Rätsel hängst, dann sind diese 10 Minuten mehr auch schnell drauf. Und wenn nicht noch mehr. Und die waren einfach saugut und sind gerusht. Und wir hatten einfach Sarah. Und Sarah war einfach oberkrass in dem Spiel. Tat mir leid. Tut mir immer noch leid. Auch Respekt an Sarah. Also muss man auch sagen, deswegen... Da soll ja auch dann mal Lob hingehen in die Richtung. War auf jeden Fall derbe. War auf jeden Fall derbe, ey. Das ist so... Sekunden. Aber wir haben gar nicht lange über irgendwas nachdenken müssen. Nein, es war wirklich... Es war wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von beiden Teams. Also wir haben keinen Moment hier wahrgenommen, an dem ihr lange Festgang hättet. Es waren dann aber einfach die Nuancen bei Team RBTV. Die sind einen Tick schneller durchgekommen. Die Nuancen... Man könnte auch sagen, Sarah. Ja. Und damit ist es auf den Punkt gebracht. Damit ist alles auf den Punkt gebracht. Und das war der erste Punkt. Das erste Video von Haus & Haus. Jetzt gucken wir uns mal Kommentare an. Das finde ich immer interessant. Ein riesiges Dankeschön, dass diesmal die Uhrzeit eingeblendet wird. Erleichtert das Nachholen enorm. Ja. Nils hat es geschafft, für Maurice ein 24-Stunden-Matyrium zu erstellen. Zu kreieren. Eine geplante Rache für den letzten Ziv-Gipfel. Ja. Finde ich... Verstehe ich. Wie krass es wird eigentlich. Einfach eine Maschine, aber alle top motiviert und richtig gute Laune. Und hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Das nächste Mal bitte Langzeit-Arbeitslose-Vollzeit-Gamer einladen. Damit die auch eine Chance haben. Kapper. Wirt war schon krass. Ey, Wirt war schon einfach krass, muss man sagen. Ich weiß auch nicht. Du müsstest bei Wirt eigentlich dann so einen Leon haben oder so. Wo du einfach weißt, der kann auch jedes Spiel. Weil Wirt kann einfach jedes Spiel. Wirt kann jedes Spiel. Ich raffe es auch nicht, aber es ist die Wahrheit, er kann jedes Videospiel auf diesem Planeten. Dafür lege ich meine Hand. Und das Feuer. Wirt ist immer ein guter Bett. Auf jeden Fall. Wie immer grandios. Ich feiere einfach den Umfang dieses Events. Nur die Aktionskarten vermisse ich echt. Im ersten Haus und Haus war es komplette Eskalation, aber auch in der zweiten Ausgabe gab es lustige Momente. Gregor mit dem Ritterhelm ist jetzt schon unsterblich. Würde mich echt freuen, wenn dieses das andere Team mit Angriffen und Erschwernissen abfacken Ding in irgendeiner Form zurückkommen würde. Ja, kann ich verstehen. Also aus Zuschauersicht kann ich es voll verstehen. Also, das, glaube ich, ist ein guter Punkt. Ich kann euch nicht genau sagen, wie die Orga bei Haus & Haus, also ich weiß, wer es gemacht hat und ich weiß, dass die unheimlich viel damit zu tun haben. Auch jetzt vielleicht noch mal erwähnt, so ein Ding organisiert sich nicht von jetzt auf gleich. Das ist wirklich krass. Und da ist auch wirklich tolle Arbeit reingeflossen. und will das und ich hoffe auch, dass die Kritik das nicht schmälert. Das soll es nämlich auch nicht, weil ich finde, es war schon sehr, sehr unterhaltsam und ein sehr, sehr tolles Ereignis. Aber ich finde auch, man kann auf jeden Fall darüber reden und nachdenken, wie ist denn das beste Outcome aus allen Haus an Hauses bis jetzt und wie kann man vielleicht da noch was Geileres draus machen. Und ich glaube, aus Zuschauersicht finde ich diese Aktionskarten auf jeden Fall auch saugeil. Muss ich echt sagen. Aus Zuschauersicht finde ich diese Aktionskarten auch wichtig und glaube, da könnte man auf jeden Fall wieder drüber nachdenken. Aber das sind auch nur meine fünf Cents zu der Geschichte. Also verstehe den Punkt auf jeden Fall. Kommt aber auch öfter vor übrigens in der Zusammenfassung hier. Schade, dass es keine Karten mehr gab und es so kommerziell rüberkommt. Aber ansonsten ganz spaßig, auch wenn die Häuser außerhalb der Spiele nicht sehr unter Druck geraten sind. Die beiden Staffeln davor kamen irgendwie heimisch rüber. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Also Karten haben wir ja schon geklärt, verstehe ich. Ähm und ich fand schon, dass es, also ich fand schon, dass es Druck gab. Ich fand da zum Beispiel Maurice hat immer reingebuttert. Es gab auch Spannung, fand ich wirklich. Das verstehe ich nicht, dass das nicht so rüberkam. Also verstehe ich wirklich nicht. Und dass es kommerziell rüberkommt, damit meint ihr sicherlich die Einbindung oder meint diese Person die Einbindung von Froster und Co. von den Sponsoren. Naja, das ist dem geschuldet, dass wir natürlich auch damit ein bisschen Geld verdienen wollen. Also ich verstehe das nicht, dass Leute davon ausgehen, dass, dass man solche Veranstaltungen nur für Luft und Liebe macht. Es ist doch klar. Also ich meine, es ist irgendwie ein geschäftliches Konstrukt und dass man da ein bisschen Geld verdienen muss und möchte, ist doch ganz logisch. Also ich verstehe auch, also ich verstehe das nicht, dass das so erwähnt wird. Und ich fand die Einbindung eigentlich ganz charmant. Also ich fand es mit Adobe richtig cool mit den Couches, auch im Vorfeld mit der Pixel Wall. Jetzt kannst du so eine Couch kriegen, ist doch geil. Froster hat uns Essen geliefert, ist doch alles Hammer. Also und Kaffee ist eh geil. Also meiner Meinung nach. Ich verstehe den Punkt nicht so ganz, warum man diskretisiert. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da auch drüber nachgedacht, wie ich das sehen möchte oder sehen kann und finde das einfach normal. Das muss halt irgendwie ein bisschen Kohle kriegen und das geht einfach nur so. Und ich fand es eigentlich charmanter als irgendwie ewig lange Werbeeinblendungen, die irgendwie kommen und wo irgendwie was Komisches passiert. Ich fand es tatsächlich auch überhaupt nicht in einem Cringe-Level. Also gar nicht. Es war einfach irgendwie gut gemacht. Aber es ist wie gesagt meine Meinung und ich akzeptiere auch natürlich andere dazu. Wollte aber dazu was sagen, weil es einfach letzten Endes, ey Leute, es geht letzten Endes auch darum, dass Menschen ihr Gehalt bekommen. Also dass man einfach das als Job sehen kann und da muss irgendwie Geld reinkommen. Finde ich auf jeden Fall passt. Ich gucke mal kurz in den Chat. Ich fand auch gar kein Problem ist. Leute wünschen sich halt, dass es nicht kommerziell ist, aber vergessen, wie so ein Konstrukt entsteht oder finanziert werden. Ja, genau. Man muss nicht kritisieren, dass sich die Show mit Werbung finanziert. Bei den Karten bin ich dabei. Hätte gern mehr gesehen. Ja, das verstehe ich. Finde den Aufwand auch mega krass, dass alle die ganze Nacht durchgemacht haben und da gehört Werbung nochmal dazu. Ich fand die Werbung auch komplett in Ordnung. Der Schockenfeld-Spot war cringe. Ja, aber Schokomell ist geil. Schokomell war von den genannten, war mein liebstes Kind. Ich liebe Schokomell. Mir direkt Socken mitgenommen. Also die war passend. War echt passend. Ey, ihr müsst euch vorstellen, es ist gar nicht so leicht. Also es ist nicht so leicht, Werbepartner zu bekommen, wo es gut passt. Wirklich nicht. Und es ist dann immer so ein Abwägen zwischen das passt gut oder es passt gar nicht, aber die haben ein bisschen Kohle. Und das ist wirklich nicht so leicht. Siehe bei Twitch das Negativ-Beispiel Casino-Streams oder so. Da ist irgendwie ein Haufen Geld, aber landest natürlich schon mit deiner Seele so halb im Fegefeuer. Das ist immer nicht so leicht. Du willst einfach einen guten Partner finden für sowas, wo es dann einfach gut funktioniert und ich bin einfach dankbar, dass die das ja gerade gut hinbekommen haben. Also ich finde, die Partner waren alle super oder sind alle super und ich finde es wirklich gut. Und das wollte ich einfach nochmal sagen, weil ohne Partner geht sowas nicht. Muss man, muss man ehrlich, ehrlich sagen. Also Wirt in Tetris hat mich hypnotisiert, der hat das locker runtergespielt, als hat er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Hätte gern Maurice länger beobachtet, wie er sich dabei schlägt. Ich denke, der wäre auch nicht zu unterschätzen, wenn er wirklich einmal drin ist. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Maurice ist da auch gut reingekommen. So, von der Spielvarianz her ist es deutlich kleiner geworden. Viel zu viel Couch-an-Couch-Spiele, dann Speedruns nur auf einer Konsole, keine Booster-Packs und so weiter. Taktisch können die Teams schon gar nicht mehr vorgehen, da auch jeder Spieler den Controller abgeben darf. House-an-House-1 war mega mit einigen Kinderkrankheiten, die man verbessern musste. Und dann wäre es unfassbar geil geworden. Jetzt ist es eines der vielen Team-gegen-Team-Events alle austauschbar. Kriegt viel Zustimmung. Dementsprechend scheint da für einige Leute viel Wahres drin zu sein. Ich versuche das mal Step-by-Step aufzudröseln. Von der Spielvarianz her ist es deutlich kleiner geworden. Den Satz verstehe ich nicht. In Bezug auf das House-an-House. Weil, also ich glaube, die Erklärung ist viel zu viel Couch-an-Couch-Spiele. Ich finde aber, dass die Spiele-Auswahl, die wir hatten und die sich das Orga-Team im Vorfeld überlegt hatte, doch sehr variantenreich war. Und dass da wirklich für viele Leute was dabei war. Und dass es auch Games waren, die man können kann oder die man sich drauf schaffen kann. Finde ich schon. Also das fand ich auf jeden Fall überhaupt nicht so, dass es eine kleine Varianz gab. Und ehrlich gesagt, jetzt kommt viel zu viel Couch-an-Couch-Spiele. Jetzt kommt mein Punkt noch dazu, so kann man es nämlich auch sehen. Ich fand, dass es richtig charmant war und richtig cool war, dass alle acht Spielende im Studio saßen und sich angucken konnten und so Teams sichtbar waren. Für mich war das nicht Couch-an-Couch. Couch-an-Couch ist für mich eine andere Sendung. Für mich war es wirklich, zwei Teams treten gegeneinander an. Das steht bei diesem Kommentar auch am Ende. Aber ich finde nicht, dass es austauschbar war. Ich finde, es hatte schon so eine eigene Dynamik und so ein eigenes Knistern und eigene Momente. Muss ich sagen. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Dass wir nur Konsolen hatten Das verstehe ich als Kritikpunkt auf jeden Fall. Das kann ich komplett nachvollziehen. Weil es natürlich leichter ist für für die Orga auf einer Couch mit Konsolen zu arbeiten. Fairerweise muss man sagen, auch wir als Spieler, ich weiß nicht, ob die GameStar gefragt wurde, aber zumindest wir Rocket Beans in-house wurden gefragt. Ey, wollt ihr lieber mit so einem Couch-Master spielen? Das ist so ein Brett, was du dir auf den Schoß legst und dann kannst du Maus und Tastatur drauflegen oder Gamepad. Und ehrlich, da spiele ich lieber mit Gamepad als mit so einem Couch-Master-Ding, was super frickelig ist. Ja? Und dementsprechend weiß ich nicht. Finde ich das eigentlich, habe ich mich auch dafür ausgesprochen, dass Konsolenspiele gut sind. Also das passt schon. Weiß ich nicht. Aber kann man auch anders sehen. Und ich finde auch, dass ein Controller zu Videospielen gehört und dass auch am PC mit Controllern gezockt wird. Das ist nichts Neues. Es gibt nicht mehr, oder gibt es schon lange nicht, am PC ist nur Maus und Tastatur. Also, ich weiß nicht genau. Vielleicht sehe ich es auch zu easy, zu entspannt, aber meine Welt ist nun mal so. Ich würde da niemals einen Kommentar drüber verfassen, dass ich sagen würde, die Spieleauswahl war blöd. Aber wir gehen mal weiter. Bei Tretus ist es dann schade, wenn ich alle die Steuerung kenne. Ja, das ist korrekt. Ich habe mich mega auf Haus und Haus 3 gefreut, war auch größtenteils sehr gut unterhalten. Allerdings gab es auch ein paar Punkte, die man beim nächsten Mal besser machen könnte. Zum einen fand ich es besser, als die beiden Teams tatsächlich räumlich voneinander getrennt waren. Das hatte viel mehr Spannung und es war auch nicht ganz so chaotisch. Zum anderen fand ich die Aktionskarten der letzten Show super genial, das hatte diesmal echt gefehlt. Und als zweites Spiel Day of the Tentacle zu wählen, war nicht die beste Wahl. Es nahm wahnsinnig viel Drive aus dem gesamten Event und es ging zu lange. Das ist jetzt alles Meckern auf höchstem Niveau, weil ich die Sendung trotz wie immer schwitze fand. Ja, haben wir ja schon durchgekaut, finde ich auch, bin ich bei Junior Elwood. Also Day of the Tentacle war wahrscheinlich wirklich vom Drive nicht so smart. Ist eine kleine Stellschraube, kann man ändern. Wobei ist auch eigentlich schön, mal dem zuzugucken. Aber ja, verstehe ich. Aktionskarten haben wir schon durchgesprochen. Werde ich auch nochmal in mein Feedback mit reingeben. Ich lese mir das jetzt auch durch, um quasi im Nachgang direkt an, wir haben so ein Feedback-Dokument, Leute, vom Sender. Und da werde ich auch genau die Sachen nochmal reinhauen, was ich so aufsammle hier von euch und wo ich auch meine Kritik noch habe oder auch das Lob natürlich. Und das werde ich alles mit einbeziehen. Dieses räumlich Getrennte verstehe ich nicht. Die Häuser waren räumlich getrennt und das Zocken auf Couches in dem selben Raum ist geil. Und dieses chaotische weiß nicht, was damit gemeint ist. Also das, ich verstehe es einfach nicht. so. Äh, mein Krogi, sowas wie Call of Duty wird am PC aber eher weniger mit Controller gespielt, weil man dadurch einen Nachteil hat. Ja, ja, klar, verstehe ich. Aber du kannst doch trotzdem mit dem Controller zocken und wenn alle diesen Nachteil haben, ist es doch kein Nachteil mehr für die Sendung. Also das finde ich, deswegen finde ich den Punkt Quatsch. Also ich finde es gut, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben und wenn alle kacke sind mit dem Controller bei Call of Duty, was auch der Fall war, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Aber Videospiele kannst du schon mit dem Controller zocken. Ja, also das muss ich schon sagen. Ähm, mhm. Nils und Florentin, die zwei hauen mich jedes Mal um vor Lachen. Mega Auftakt, vier Stunden geschafft, sonst zöger mal liebt es. Ich vermisse diesen Shop genauso wie diese Karten. Das Projekt lebt auch von Abfuck und Saltiness und nicht nur wir machen jetzt in vier Stunden und einer gewinnt. Ja, aber Abfuck und Saltiness gab es schon, aber die Karten bestärken es natürlich. Aber ich finde es, wie gesagt, nicht so dramatisch, wie es hier geschrieben wird. Ähm. Ich würde mich über einen Behind-the-Scenes-Freund Studio-Tour gibt es doch bei mir. Gibt es doch bei mir auf dem Kanal. Ist jetzt online. Liebe geht raus. Die Show ist einfach so genial. Es macht einfach mega Spaß zuzugucken. Bla bla bla. Maurice, ein Meister der bösen Zungen. Das stimmt. Team Gamestar hat sich wirklich gut geschlagen, vor allem wenn man bedenkt, dass 50% des Teams spontan eingesprungen ist und sich kaum bis gar nicht vorbereiten konnte. Ja, exakt. Ich glaube schon, dass es Gamestar ernst genommen haben. Teil ja, aber die konnten sich halt nicht so vorbereiten und dementsprechend ging das da auch nicht. Und ja, aus unserem Team, drei von vier haben es todesernst genommen. Das ist schon ein Unterschied. Aber Gamestar, die waren nicht so schlecht, in Anführungszeichen, wie es das Endergebnis vermuten mag. Das stimmt einfach nicht. Und deswegen finde ich es auch, weiß ich auch nicht, ich brenne dafür, das darzustellen. Wir gehen mal hier durch, was noch so ansteht. Kaps ist um 10 Uhr geschafft. Super unterhaltsam, dank an Team Gamestar. Der Anfang war etwas schwach, mit der Hälfte Tentacle und dem Sidescroller. Da hätte man vielleicht etwas anderes wählen sollen, aber die Community Challenges waren dafür umso besser. Minecraft war zu jeder Zeit Top-Unterhaltung und zum Glück ist Schere, Stein, Papier diesmal raus. Ich kann verstehen, dass der Shop weg ist, aber dann dürft ihr nicht den Kandidaten zumuten, dass sie ein Massagegerät gewinnen, obwohl sie offensichtlich dringend Stül brauchen. Ja gut. Wobei das war, ist ja auch witzig. Ich meine letzten Endes ist es auch funny, muss man auch sagen. Das kam nie so in den Kommentaren rüber, aber letzten Endes ist es ja auch funny, dass wir die ganze Zeit nur auf dem Boden saßen. Ja? Also, muss man auch sagen. Im Chat kommt noch von Wattwürmchen, entschuldige, ich verstehe die Menschen nicht, die kritisieren wegen Kommerziellen und so weiter. Wie du sagst, ihr wollt ja auch Geld verdienen und Gehälter bezahlen. Solche Menschen haben das Leben einfach nicht verstanden. Äh, ja. Kein, ja. Äh, was steht hier von Karotte? Karotte. Hm, geil. Hat die GameStar das eigentlich auf der eigenen Website beworben oder war es eher ein rbtv-orvent mit den GameStar-Leuten? Äh, nee. GameStar hat das schon beworben. Auf jeden Fall. GameStar hat es später aber auch schwer, mental schwer, als der Punktgestand anfing, aus dem Boden zu laufen. Ja, ey, voll. Das denke ich auch. Jedes Mal dieser Druck. Jedes Mal. Hat GameStar auch noch Feedback gegeben. Ja, ja, komm, wir step by step und Ton gehe ich auch noch ein. Ich mache jetzt ein paar Kommentare noch und dann geht's ab. Kleine Kritik und hier ist schon das Auditive. Manchmal sind die Teams zu laut, sodass es auditiv sehr chaotisch wird, wenn man den Moderatoren und beiden Teams gleichzeitig zuhören muss. Da hört man einfach zehn Stimmen gleichzeitig, besonders wenn es im Spiel hektisch wird. Lieber ab und zu den einzelnen Teams schalten und die anderen so lange stumm schalten. Ansonsten super. Ja, hab ich komplettes Verständnis für. Ich glaube, dass das für die Leute, die das gemacht haben, auch gar nicht so krass rübergekommen ist. Aber ich merke, dass viele Leute das anbringen, dass man zum Beispiel auch, das ist eine Sache für die Caster, wenn du da als Caster bist, denkst du auch, ich muss jetzt für zwei Stunden richtig abliefern und hier schön entertainen. Dass die Häuser aber manchmal natürlich auch Gehör haben wollen, also dass die Leute, die zugucken, auch gerne mal die Häuser hören wollen, ist ja natürlich auch gegeben. Ich glaube, da kann man uns auf jeden Fall noch verbessern und irgendwie ein, ich weiß nicht genau wie, also weiß ich gerade wirklich nicht, aber irgendwie einen Modus überlegen, dass die Caster manchmal ein bisschen reduzierter sind und dann die Häuser zu hören sind und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, wie man es macht, aber ich verstehe den Punkt komplett. Ja. Ihr braucht einen Frank Tonmann. Frank Tonmann ist aber einzigartig. Es ist technisch möglich, dass man als Viewer vielleicht zwischen den Häusern hin und her schalten kann. Also ich weiß, dass es grundsätzlich technisch möglich wäre. Ich weiß aber auch, dass es zumindest für uns ein Megaaufwand wäre und keine Ahnung, ob es deswegen technisch überhaupt geht. Aber natürlich kann man sowas machen, wenn man unbegrenzt Technik hat und Personal, dann geht das selbstverständlich. Aber ich weiß nicht, schreibe ich mir aber auch immer auf, finde ich auch ein guter Punkt. einfach so Big Brother mäßig komplett die Häuser hören und sehen. Balance aus Cast und bei den einzelnen Häusern reinhören ist wirklich schwierig. Vor allem, wenn es dann auch noch den Sound aus zwei Spielen gibt. Ja, ja, es ist viel. Es ist viel Kram. Es ist, ich schreibe es mal eben auf. Sekunde. Juppe. Juppe. Geil war es gestern mit 9.000 Zuschauern hier im Stream. Ja, das war mega geil. Leute, gestern hatte ich einen Drumstream, eine Koop mit Bose. Und wir waren auf der Twitch-Startseite. Und das war auch selbst für die Twitch-Startseite, das muss man mal dazu sagen, war es eine super Zahl. Weil wenn man da geboostet wird, hat man 3.000, 4.000 Leute. Das ist ja so. Das ist ja so. Aber wir hatten 9. Das war richtig gut. So, all das ist notiert. Goat Simulator, zu sehr chaotisch, schreibt gerade Rakael. Ja, Goat Simulator war auch für mich, ich liebe das Spiel, nicht falsch verstehen. Ich finde es wirklich funny. Aber dieser Vierer-Split-Screen, das hat meinen schlaflosen Kopf richtig zerstört. Das hat meinen Kopf zerstört. So, ich lese mal weiter. Was für eine Freude, dass Michi von der GameStar da ist. Wildes Pony. Sechs Monate am Start. Vielen Dank. Das verspricht uns Hand zu werden. Sehr geil. Mir hat vieles besser gefallen als beim letzten Haus & Haus. Mir übrigens auch. Mir hat auch vieles besser gefallen als bei Haus & Haus 2. Das war ja mein zweites Haus & Haus. Wirt hat ja schon bei mehreren mitgemacht. War auch mit dem ersten dabei. Was ja hier bei vielen Leuten als die Legende dargestellt wird. Aber für mich war Haus & Haus 3 jetzt auch geiler als Haus & Haus 2. Wesentlich. Nicht, weil wir gewonnen haben. Sondern ich fand dieses Ganze, die ganze Chemie und so, das war einfach, das war einfach richtig cool. Don Tanne. Moin Moin. Wildes Pony verschenkt zu Abos. Dankeschön. War ein ziemlich cooles Event, aber die Abschaffung des Shops fand ich schade. Genauso wie die Anschaffung des Schlaflimits. Abschaffung des Schlaflimits. Mehr Joker würden den Beef-Charakter stärken. Michi95 schreibt es. Ja, ist notiert. Gebe ich auch so weiter. Die Shows hatten dieses Mal mehr Struktur. Es wirkt auch alles mehr durchdachter, sich auf ein Spiel zu konzentrieren. Fand ich war eine sehr gute Entscheidung. Einzig die Einschränkung aus den Vorgängen hätte ich gerne mehr als nur die 15 Minuten Wortwitze von Nils gesehen. Mit Einschränkung meinten die, glaube ich, sozusagen... Ja, Behinderung eher, ne? Also Störer. Die Störungen. Na gut. Moin Moin. Fred No. Ich fühle Maurice so sehr. Schönes Event. Was mir leider durch die einseitigen Ergebnisse irgendwann die Lust genommen hat, das kann zwar immer passieren. Bei Schlag dem Raab war es ja nicht anders, aber vielleicht eine größere Abwechslung der Spiele auch zu analogen Sachen und ausbalancierte Teams könnten da entgegenwirken. Ein Wir zum Beispiel ist einfach zu krass. Ist ja eigentlich ein Lob, aber wenn es da keine gegenwirkende Kraft gibt, wird es schwierig. Jo. Das ist ein schöner Kommentar. So, ich muss es hier einfach sagen. Macht mehr mit der GameStar. Nicht nur Maurice. Die Chemie war super und gerade Daniel Feith in der Moderation war eine glatte 10 von 10. Besser ist der nur noch zusammen in der Kombi mit Michi oder Fritz, der leider nicht dabei war. Die Community ist sich auch sehr ähnlich und daher war die Stimmung einfach nur toll. Maurice, super klasse Typ. So, auf jeden Fall viel positives Feedback. Das ist doch schön. Das freut mich wirklich. Viel positives Feedback hat es auch verdient. Finde ich wirklich. Hat das ganze Ding auch verdient. Wir gehen gleich mal zu Video 2 über. Gucken uns die... Holen uns die Infos zu... Oder die Kommentare rein vom zweiten Video. Ich gucke mal, wo es ist. Haus an Haus Part 2. Riesenjenga oder sowas. Ja, Riesenjenga ist geil. Auf jeden Fall. Wie ging es denn dann weiter? Es ging weiter mit dem Mario Maker. Ja, können wir es skippen. Wirt ist zu krass. Punkt. Wirt ist in dem Spiel zu krass. Sarah kann es aber auch sehr gut. Also es ist auch... Sarah kann es auch gut. Team Gamestar konnte es auch. Die konnten es auch alle besser als ich. Die können es auch alle besser als ich. Aber Wirt und Sarah... Ja, krass. So. Ging auch ein gutes Stück. Wie geht es weiter? So. Hotline Miami 2. Da muss ich zu sagen... Da habe ich was gelesen. Und zwar... Wir können mal kurz rein. Kaffee. Guck mal, wie Jules hier spielt. Das ist einfach... Er hat das Faden gefolgt. Ja, das ist schon äglier, aber auch... Ja, Team Gamestar immer noch. Im ersten Floor. Die kommen nicht wirklich weiter. Man muss halt irgendwann so ein bisschen die Bewegung der Waffen lernen. Wo sie lang gehen. Welche Reihenfolge die Kriegsplatte. Welche Waffen kriege ich wo. Und man muss sie halt auch ausschalten. Wie wir es gerade gesehen haben. Wenn man sie nur K.O. schlägt, das reicht halt nicht. Dann stehen die wieder auf. Und treffen wir auch noch. Aber es ist nur noch einer. Bisschen vor. Aaaah. Aber ein Scheiterer. Die Video ist sehr laut. Ja, ich wollte mal reinhören. Ihr versteht mich nicht. Ich wollte nur reinhören. Schade Schokolade. Ich sag euch ja gleich was. Schokomel? Oh. Schokomel am Morgen. Vertreibt, gucken wir mal ein bisschen. Ja, doch, Jules. Jules macht's auch. Ich wollte eigentlich sagen. Du kannst Hotline Miami 2 eigentlich nicht spielen und weit kommen, wenn du die Lock-Funktion nicht nutzt. Du musst ja gucken, wo sind Gegner. Und dann musst du super schnell immer dieses Anvisieren nehmen, diese Lock-Funktion. Und dann ballern. Und wenn du das nicht machst, dann hast du keine Chance, meiner Meinung nach. Das war nicht so schlecht von Kuli. Kuli macht da eine gute Figur. Und dann den sterbenden Schwan. Dann den Schwan. Ja, das macht er geschickt. Das macht er geschickt, sie alle ins Treppenhaus zu locken und dann zu sagen, nee, das sagt ihr Kont aus. Das ist meine Treppe. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob Jules das wusste. Falls nicht, finde ich es schade, weil der Mann das braucht. Man braucht diese Lock-Funktion und dann kommt man da auch durch. Aber für mich war das auch sehr kräftereibend, tatsächlich. Kampfbandana muss getragen werden. Ich wollte aussehen wie ein Gamer, Leute. Hat ja wohl geklappt. Szene 1. Wir nehmen mal noch eine Szene 1. Szene 2. Wie ging es denn weiter? Szene 2. Szene 3. Stuhl zum 3 gekommen. Es sind 2 geblieben. Doch, Szene 3. Szene 5. Okay, 5-3. Genau, da habe ich ein Wirt übergeben, weil ich schiffen war. Ich glaube, Szene 5 hätten wir auch nicht geschafft. Also, wenn er zu Szene 5 gekommen wäre, dann hätten wir, das wäre da, wenn wir nicht weitergekommen, weil bei Szene 5 musstest du, konntest du nur im Nahkampf töten und das war da sehr schwer. Aber er hätte es da auch super gemacht. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass er die Infos hatte, dass du locken musst und dann, dann ist es ja okay. Hätte er, wenn er es nicht gehabt hat, dann muss ich nochmal Respekt aussprechen, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Aber Hotline Miami 2, das war ja auch schon mitten in der Nacht, zu dem Zeitpunkt, ist einfach sauschwer. Ist einfach super schwer. Wie ging es dann weiter? Ich weiß es nicht. Dann waren wir Speedrunners. Hatte ich zu dem Zeitpunkt gar keinen Bock drauf. Also, sag ich euch ganz ehrlich, ich sitze da auch hinten, Tascha sitzt da auch hinten. Wir chillen. Ey, da hatte ich wirklich nach Hotline Miami gar keinen Bock drauf, noch so ein reaktionsschnelles Spiel spielen zu müssen. So. Aber dafür waren ja auch Viet und Sarah wieder da, die einfach schön abgeliefert haben. Janina war schlafen. Janina ist, ich weiß gar nicht, wie lange sie da kam, aber sie war ein bisschen pennen, ist ja auch in Ordnung. Ansonsten. Das war irgendwann mitten in der Nacht. Ich habe keine Ahnung, wie spiel es war. RBTV 3.0, ja. Speedrunners. Und bei Speedrunners verstehe ich auch, da werden gleich Leute in den Kommentaren schreiben, das waren RBTV Games. Also, bei diesen Versus-Spielen, sage ich es nochmal, grundsätzlich war die Idee, dass die Teams, die mitmachen, und die Idee ist natürlich auch, dass keiner ausfällt im Vorfeld. Da war ja Gamestar komplett benachteiligt mit ihrer Ausfallquote, ja. Aber normalerweise waren die Spiele oder sind die Spiele halt bekannt gewesen und die Leute, die da mitmachen, können sich vorbereiten. Viet ist immer noch der Knackpunkt. Viet an sich ist noch der Knackpunkt mit seinem Skill. Er ist einfach gut. Er ist einfach zu gut. Was willst du sagen? Aber Speedrunners kann man schon, ich habe es ja auch mir ein bisschen angeguckt. Und da hätten die mich fertig gemacht. Aber wir haben halt Wirt gehabt. Und Sarah. Und Janina. Sarah war richtig gut bei Speedrunners. Sarah war obergut. Hat, ja, da... Sarah hat übrigens auch gute Charaktere. Mit der langen Spielzeit. Und nehmt bitte folgende Charaktere. Okay, jetzt kommt Tony Hawk. Tony Hawk, ja, muss ich auch sagen, ist vielleicht ein bisschen... Da bin ich der Wirt gewesen. Fred No, danke für deine vier Monate. Der vierte Monat ist der schwierigste. Schön, dass du da bist. Tony Hawk ist... Das ist wirklich so eins der Spiele, was ich gut beherrsche, was mir viel Freude macht. Und da bin ich, glaube ich, auch einigermaßen gut. Ja, und da habe ich... Und erst hieß es ja, sucht einen Spieler aus und der zockt dann. Jetzt sage ich euch mal mal eins. Mir geht es dabei, bei diesem Haus in Haus... Ich versuche das mal in richtige Worte zu bringen. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Deswegen habe da ein bisschen Nachsicht. Und da geht mich nicht sofort auf mein Gesagtes fest. Mir geht es bei so einer Sendung nicht nur darum, möglichst gut abzuliefern, um fürs Team zu gewinnen. Was geil ist. Mir geht es aber auch darum, dass so eine Sendung unterhaltsam ist, bleibt und dass viele Leute Spaß daran haben. Das auch, trotz der ganzen Rivalitäten, auch so ein gegnerisches Team Bock drauf hat. Dass die Zuschauenden einfach weiter möglichst viel Spannung haben. Und dass auch für so ein Team, was da hinten hinter alles plant, dass es vielleicht auch ein bisschen länger geht. Und so lange geht, wie man es sich irgendwie vorgestellt hat. Und nun habe ich Tony Hawk gezockt. Mir war es super unangenehm. Sage ich euch ganz ehrlich, weil Tony Hawk kann ich tatsächlich ganz gut. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache folgendes. Ist natürlich auch ein bisschen dem Schuld, dass ich sehr übermüdet war. Würde ich jetzt vielleicht auch anders machen. Ich habe mir gedacht, okay, spiele ich die erste Runde Tony Hawk. Das ist dieser Punkte-Modus. Wer hat die höchste Score? Rasier da komplett und dann gebe ich das Gamepad ab. Dann war es das. Dann sage ich einfach, Tony Hawk bin nicht raus. Habe ich keinen Bock drauf. Mir tut die Hand weh. Keine Ahnung. Das war mein Plan. Und dann spielen halt, dann spielt halt Sarah, wird, ja, ja, ihn ja aber pennen. Warum hast du dann am Ende den Micha darf im Matchball nicht spielen sogar zwungen? Erzähl ich dir gleich. Das war mein Plan. Ich spiele einfach eine Runde Tony Hawk, gebe dann ab. So. Dann mussten, dann haben wir ja Ticken gespielt. So. Und dann sollten wir Ticken spielen. Ich persönlich finde, fangen bei Tony Hawk eh Quatsch. So. I don't know. Ist es nicht etwas unfair, sich extra zurückzuhalten? Finde ich, pass auf, das habe ich doch gerade erklärt. Das verstehe ich nicht, dass das Leute nicht nachvollziehen können. Aber es liegt daran, dass ich es nicht gut erklären kann. Ich finde es doch gut, du meinst unfair meinem Team gegenüber. Aber da war ja der Punktestand schon so krass. Und ich wollte unbedingt, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, dass Tony Hawk so komplett aus dem Ruder läuft. Weil ich wollte zeigen, ja, ich kann es, alles cool. Aber ich hätte mich derbe gefreut, wenn Team GameStar dort dieses Match kriegt, weil vieles schon so knapp war. Und ich wusste, dass halt Wirth und Sarah dieses Spiel nicht so überragend beherrschen. So. Und ich wollte nicht meinem Team damit in die Karre fahren. Ich wollte das gesamte, die gesamte Sendung wieder spannender gestalten. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Ich wollte einfach, dass es dort, mir war es einfach, ich hatte einfach keinen Bock, nicht aus Teamsicht, sondern aus Sicht der Sendung, ähm, dort das Ruder rumzureißen, ja. Musste mir aber dann, und das war für mich in dem Moment, wo ich so übermüdet war, super unangenehm. Weil dann Leute schrieben im Chat, als ich Ticken so lame gespielt habe. Und Wirth war auch so drauf. Auch nochmal Kritik an Wirth. Wirth hat mich auch so unfassbar böse angeguckt und gesagt, das kann nicht wahr sein, wie spielst du? Und das fand ich schade. Und auch von den Leuten im Chat, die dann geschrieben haben, für mich ist das jetzt gelaufen. Wie kannst du so spielen? Die haben alle nicht verstanden, wie ich gedacht habe. Und ich glaube, das kann man auch nicht verstehen. Aber ich habe gedacht, ich bin bei dem Spiel wirklich krass. Wir haben alles gewonnen im Vorfeld, bis auf zwei Spiele. Lass uns doch bitte jetzt zusehen, dass die Games da einen Punkt bekommen. Und zwar so, nicht durch, wir spielen jetzt scheiße, sondern ich nehme mich raus. Ich nehme mich jetzt raus aus dem Spiel und ihr macht das, so gut wie ihr könnt. Wenn ihr dann gewinnt, ist es cool. Wenn nicht, haben die Games da gewonnen. Ist doch geil. Das war meine Idee dahinter. Aber es hat nicht funktioniert. Mal wieder Salz in die Suppe bringen. Das hättest du aber bei den Tricks machen sollen. Verstehe ich nicht, Klappergebiss. Verstehe ich nicht, was du damit meinst. Das meine ich ja damit. Ich will nicht selber schlecht spielen. Verstehst du das? Bei den Tricks, das ist doof. Ich kann mich da noch nicht hinstellen und selber spielen und das Spiel gut können. Und dann kann ich es auf einmal nicht. Das ist ja Bullshit. Deswegen wollte ich selber nichts spielen. Ja? Deswegen, das verstehe ich nicht. Aber das hat im Team nicht funktioniert. Das haben meine Kollegen und Kolleginnen und Kollegen nicht geschnallt. Das lag wahrscheinlich an der Kommunikation. Ich glaube, das lag einfach daran, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe oder der für den Chat auch nicht rüberkam. Ich weiß auch nicht, wie ich es hätte kommunizieren sollen. Aber da war meine Idee einfach, ey, ich nehme mich raus. Das Spiel kann nicht gut. Da muss ich mir selber auch nichts beweisen. Ich glaube, das wissen auch viele andere Leute. Das kann ich gut. So, und da bin ich jetzt raus. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Leider. Das war meine Erklärung nochmal zu Tony Hawk. War mir auf jeden Fall sehr unangenehm. Und mir war es dann noch unangenehmer, dass nach dem Ticken die Leute sagen, Alter, jetzt ist das für mich vorbei. War richtig unangenehm. Was ist Kroppmann für den Arsch? So, wie unfair ist das denn? Habe ich überhaupt nicht gepeilt. Keine Ahnung. Habe ich wirklich nicht verstanden. Was, das verstehe ich auch immer noch nicht. Hättet ihr im Haus irgendwie heimlich abstrechen müssen? Ja, ich habe das schon mal gesagt. Aber das, ich hatte, ich habe Tryhards. Ich war mit Tryhards im Team. Das ging nicht. Also, ich habe es versucht, Leute. Ich habe es versucht. Aber das, das ging nicht. Naja. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Ja. Mich hat es auf jeden Fall verletzt. Sage ich euch auch ehrlich. Ich bin sonst nicht so verletzlich. Oder verletzbar. Aber in dem Moment, wenn man dann so übermüdet ist. Und dann den Chat liest. Und eigentlich aus einer, meiner Meinung nach, aus meiner Wahrnehmung, einer guten Idee. Nämlich, ey, ich nehme mich da jetzt raus. Und das Tickenspiel spiele ich halt lame. Und den Punkt habe ich ja auch abgegeben. Also, der wurde mir dann genommen. Ich habe es nur noch mal probiert. Fand ich dann irgendwie schade, dass Leute auch so komplett in diesem Tryhard-Mode waren. Und dann nichts gegönnt haben. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Das hat mir nicht gefallen. Aber das war meine Story zu Tony Hawk's. Und war ja auch, wie gesagt, mitten in der Nacht. Und, ähm, ja, fand es irgendwie blöd. Aber wäre es nicht besser, wenn sich die Games an die Punkte ehrlich verdient hätten? Natürlich. Aber die waren, das, oh Mann, ihr versteht. Henry, tut mir leid. Das, das, das triggert mich. Die waren halt saugut. Ne? Und es waren viele Spiele richtig knapp. Und mir ging es darum, auch als Redakteur zu sagen, okay, Tony Hawk ist ein Spiel, da bin ich einfach gut. Ich spiele das jetzt nicht. Lass die anderen das machen. Und dann meinte ich doch, wenn Wirth und Sarah es schaffen, zu gewinnen, ist doch geil. Dann ist es gut. Aber ich wollte mich daraus nehmen. Versteht ihr? Und die Chance, dadurch, dass ich nicht mitspiele, ist für die GameStar auf jeden Fall höher. Das war meine Idee. Und ich wollte auch gerne, dass die von ihrer Moral ein bisschen weiterkommen. Das, das war der Punkt. Das kannst du aber nicht. Hat ja auch nicht geklappt. Das kannst du aber nicht jinxen. Das kannst du auch nicht forcieren. So, hat nicht funktioniert. Aber das war meine Idee. Genau, das war der Gedanke. Exakt. Billy's Cat Snip Dealer. Und warum dann der Joker beim Finale? Okay, beim Finale hatten wir einen Joker. Sind wir schon beim Finale? Eigentlich nicht, oder? Können wir gleich hin. So. Tony Hawks. Klingt die ganze Zeit, ne? Was haben wir hier noch? Da haben wir noch Minecraft. Gut. Voll das Sozialexperimentum, ein Event. Ja, kann man so sehen. Auf jeden Fall. Weil du auch Schlafmangel hast. Äh, abgehaukt. Sehr schöner Kommentar. Matthias ist einfach so tief entspannt. Immer chillig, wenn er moderiert. Guck mal, Matthias moderiert. Gut. Schon wieder. Das GameStar-Team ist super sympathisch. Das Event fand ich toll. Mir fehlte aber die Möglichkeit für die Kandidaten, dass sie, wie in den vorigen Ausgaben, durch Punkte etwas kaufen können. Das haben wir auch schon erklärt. Es war gut, dass die Moderatoren sich gut mit den Spielen auskannen. Da schien teils recht durchdacht zu sein. Sehr schön auch die Kulisse diesmal. Kulisse. Top-Notch. Wirklich. Laura und Team. Richtig, richtig geil. Das war unfassbar schön. Ich würde leider hart gespoilert in den Kommentaren von Teil 2. Mir war die Gefahr bewusst. Aber das ist gleich der erste Satz. Beim ersten Kommentar war, hat mich doch kalt erwischt. Und eventuell Spoiler-Kommentare entfernen und markieren. Ey, Mine Bayer, tut mir leid, dass du da gespoilert wurdest. Aber die Idee jetzt von dir, dass man Kommentare als Spoiler markiert oder entfernt, das ist YouTube. Das ist, ich glaube, du hast es gerade schon selber erwähnt. Du hast, dir ist die Gefahr bewusst gewesen, so bewusst gewesen. So musst du es dann halt beim nächsten Mal machen. Also das, bin ich ganz ehrlich. Ich will es jetzt nicht runterspielen. Es ist voll blöd, dass du gespoilert wurdest. Ich habe auch extra nichts auf Social Media oder so veröffentlicht, wo man irgendwie sieht, wer gewonnen hat. Rocket Beans hat es aber gemacht. Aber ich glaube, dann einfach keine Kommentare lesen. Das geht, glaube ich, nicht anders. Idee, wenn Team X verliert, darf Community von Team X einen Spieler per Vote für Next Game bannen. So hat der Verlierer zumindest immer einen Vorteil. Und wenn das andere Team verliert, gleicht es sich ja wieder aus. Und das ist eine coole Idee. Das ist eine ganz coole Idee. Schön zu sehen, dass die ganz große Stärke von RBTV ist, dass sie ein ganzes Paket an guten, sympathischen Monatoren haben. Auf jeden Fall. Shop hat mir gefehlt. Okay, es ändert sich. Ändert sich nicht. Das meine ich, das kennen wir. Sarah ist eine Maschine. Sarah und wir trasieren. Wissen wir auch. Shop fehlt. Press F to pay respect for Team GameStar. F wird gedrückt. Alter, was ist hier los? Alter, was war das für eine Demütigung seitens GameStar? Selbst wenn ich für RBTV war, so tat mir die GameStar irgendwann leid. Und ich hatte wirklich noch ihnen die Daumen gedrückt, dass sie es noch hinbiegen würden. Aber hey, GameStar hat Hausauf verloren. Aber ihre Community hat ziemlich die RBTV-Community zerschlagen. Also erstmal schön von ihm formuliert. Das ist ja schon selber mit der Spoiler-Gefahr versehen. Und ich finde, ähm, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also GameStar ist nicht so zerstört worden, beziehungsweise die haben sich schon gut verteidigt, wie man es nicht erwarten würde, wenn man die Punkte sieht. Aber es war vieles sehr knapp. Ich bin jetzt gerade bei Tony Hawk angekommen und ich finde es richtig blöd, dass ihr nahegelegt wird, dass Krogi das Pad abgibt, damit die anderen doch auch eine Chance haben. Das nimmt ziemlich den Wettbewerbscharakter aus der Show an der Stelle. Ich dachte, man wolle möglichst jedem seine Stärken zeigen lassen. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber wenn RBTV das verliert, dann fühlt das sich richtig ungerecht an. Ähm, Kin, Kin Crimes, Crimson. Das Kampf, die Idee kam auch von mir in dem Moment. Ganz ehrlich, die Idee ist in dem Moment von mir gekommen. Weil, ich finde, ich stehe dazu. Ich hätte einfach gerne in dem Moment die Chance, also irgendwie eine mausgelichere Sendung gehabt. Und das kann man sehen, wie man will. Man kann sehen, oh, das ist aber blöd. Da fehlt aber der Wettbewerbscharakter. Und warum warst du dann nicht Tryhard und wie auch immer. Und dies, das. Und von wegen sollen die anderen nicht aus ihrer eigenen Stärke das hinkriegen. Keine Ahnung. Kannst du sehen, wie man will. Ich selber hätte mich gerne da rausgezogen. Hätte einfach mein Team machen lassen. Und, ähm, dann hätten die einfach die anderen spielen sollen. Ist jetzt so, wie es ist. Und finde es schade, dass das grundsätzlich ein Thema ist, was man diskutieren muss. Weil ja eben der Punktestand dort auch schon so krass war. Finde ich, muss man das gar nicht so diskutieren. Und wäre es knapper gewesen, hätte ich auch, äh, Tony Hawk gespielt wie ein Geisteskranker. Könnt ihr von ausgehen. Aber mir war irgendwie das Heil der Sendung wichtiger in dem Moment. Versteht ihr? Ich finde die 1 bis 2 Strategiespiele wie ein Age of Empires Multiplayer-Runde für Maurice hätten in der Spielauswahl nicht geschadet. Eine Revanche mit der Game Stuff wäre ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ich kann euch auch nicht sagen, ich bin ja auch nicht so im, äh, Strategie-Thema drin. Ich weiß nicht, ob es da kurze Games gibt, die nicht irgendwie gleich 2, 3 Stunden gehen. Das wäre wahrscheinlich was gewesen, ja. Aber wir konnten halt nicht, äh, jetzt noch mit PCs arbeiten, glaube ich. Ich glaube, das war auch so ein Knackpunkt. Kam ein bisschen was zusammen. So. Es ist ja auch eine Spielshow und spielen soll Spaß machen. Naja, es ist schon eine kompetitive Show. Es soll schon kompetitiv sein. Aber mir geht es auch um den, äh, Spannungsfaktor, Unterhaltungsfaktor. Und wenn ich doch selber, äh, für mich irgendwie was entscheiden kann, dann, ähm, glaube ich, aus Redakteursicht, der ich ja auch bin, auch wenn ich da sitze und kompetitiv zocke, bin ich immer noch Redakteur und denke auch so ein bisschen an die Sendung und möchte auch Leuten zuspielen, so. Und ich hätte es einfach geil gefunden, das ist gleich die richtige Formulierung, ich hätte es einfach geil gefunden, wenn ein, zwei Spiele anders ausgegangen wären. So. Das ist alles. Weiter mit Part 3. Part 3. Wo haben wir es? Part 3. So. Alle wieder am Start. Wir zocken. Äh, Cuphead. Ja, Cuphead sind, äh, Sarah und wir natürlich auch super gut drin und prädestiniert. Da verstehe ich auch, dass Leute sagen, naja, es gab ein paar Games, Tony Hawk, Cuphead, wo man weiß, da sind die von RBTV einfach richtig gut drin. Muss man vielleicht auch nochmal, muss man sich vielleicht auch nochmal auf die Kritikliste noch schreiben. Eher auf der anderen Seite muss man aber sagen, Stellt euch vor, GameStar hätten in allen Spielen derberasiert, ja? Wären in allen Spielen obergut gewesen. Was man ja auch immer nicht abschätzen kann im Vorfeld. Meine ich ernst. Jetzt ist es immer leicht, drüber zu urteilen, wie war es hinterher. Aber im Vorfeld, als Orga-Team, es ist doch auch schwierig. Und dann wären vielleicht auch so Sachen gewesen wie Cuphead, wo man weiß, naja gut, die machen dann ein gutes Ding. Dann ist es auch nicht so schlimm. Also ich, äh, es ist schwierig. Es ist wirklich schwer zu, äh, im Vorfeld, glaube ich, die perfekte Sendung zu stricken. So wie bei den anderen, genau. Bei Bondra letztes Jahr war er ja auch einfach noch knapp, muss man sagen. Ne, das war auch knapper. Schwierig. Tony Hawk und Cuphead sind aber keine Nischen-Games. Das stimmt auch wieder. Es sind, die ganzen Games waren eigentlich keine Nischen-Games. Man kann schon davon ausgehen, dass Leute, die Videospiel-affin sind, damit was zu tun haben. Viele Spiele waren mega knapp. Ja, genau. Das ist das, was ich sage. Deswegen verstehe ich auch, äh, oder macht es mich so traurig, dass dieses Endergebnis so hart ausgefallen ist. Es ist auch nicht möglich, einen fairen Wettbewerb, ähm, komplett zu gestalten, wenn bei einem Team die Besetzungsfrage ganz unklar ist, so, und da Leute ausfallen. Und deswegen finde ich es ja auch so geil, dass Games da so gut abgeliefert haben und so eine geile Stimmung hatten. Ey, ich bin dir in die alle verliebt. Ich finde die alle Hammer. Ohne Witz. So. Das ist einfach, ist doch schön. Muss man auch mal sagen. So, weiter geht's. Was haben wir als nächstes? Okay, Goat Simulator. Äh, das war für mich, wie spät war es dort? 10.13 Uhr. Am Morgen 10.13 Uhr. Das war für mich, glaube ich, mein, das Schwierigste. Einfach, weil ich war, ich bin sogar teilweise ein bisschen weggenickt bei dem Spiel, weil, aber nicht, weil ich so super müde war. Natürlich war ich müde, aber das lag nicht daran. Ich war einfach von den Reizen, ich kam mir überhaupt nicht klar. Für mich war an dem Punkt, das waren mir zu viele Reize. Wir hatten halt einen großen Fernseher und da waren halt diese vier Splitscreens drauf. Aber dadurch ist natürlich auch, auch wenn es ein großer Fernseher ist, dadurch ist jeder Bereich relativ klein. Ich finde es cool, dass man das Spiel so spielen kann, aber das war für mich zu viel. Also das war, äh, das, das konnte ich nicht, konnte ich nicht wahrnehmen, sage ich, sage ich ehrlich. Das war mir zu viel, zu viel durcheinander. Und ich glaube, es ging auch allen so und dann hatte man ja auch teilweise, ich weiß nicht, hatte man teilweise komplett Splitscreen. Ja. Hast du manchmal, hast du manchmal solche Bilder? Boah, da ist natürlich einiges los. Und wenn ich das so sehe, kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen, weil ich, äh, Flashbacks kriege, wie es war. Also das war einfach, das ist cool, dass man so zocken kann, aber es war auf jeden Fall super anstrengend. Das so zu spielen. War so ein bisschen wie bei der NASA, wenn du diese ganzen Screens hast. Jantube schreibt, fand ich aber cool zuzugucken, die Splitscreens. Okay. Danke, danke für diesen Hinweis. Was schreibt Pac-Man? Ich muss mal einmal im Chat scrollen, da gibt es gerade eine Diskussion. Ja, danke schön, Pac-Man. Henrik Stubenschein, muss aber eine Scheibe, ist man Redakteur der Teilnehmung. Absolut. Vollkommen richtig. Aber, äh, trotzdem denke ich mir, wenn ich doch das Wissen habe, wie, wie Sendungen laufen. Und wenn ich das Wissen habe, dass ein Team seit einer längeren Zeit Spiel für Spiel für Spiel gewinnt, damit meine ich nicht dominiert, weil es war immer sehr ausgeglichen. Aber gewinnt, 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 dann weiß ich auch, A, was in den Köpfen des anderen Teams abgeht. Bedeutet, mental ist es dann immer schwieriger, weil man ja unbedingt jetzt mal wieder einen Sieg will. Stellt euch das vor, man will doch unbedingt wieder einen Sieg haben. Man will doch endlich wieder eine Zahl haben. Man spielt davor, weiß nicht, 17.000 Leuten, 14.000 Leuten zockt man Videospiele. Und natürlich will man einen Sieg haben. Das wird aber immer schwieriger, wenn immer wieder es heißt, ist jetzt noch alles drin? Jetzt beim nächsten Mal wird alles gut? So, und dann hast du Leute, die in einem Spiel überragend gut sind. Dann kann man meiner Meinung nach für die Spannung der Sendung Eingang zurückschalten. Meiner Meinung nach, das muss nicht jede Person so sehen, ist meine Einstellung. Weil ich mir einfach denke, es ist doch geil, wenn hinterher es ein bisschen spannender bleibt. Das ist meine Ansicht. Und da ist vielleicht die Ebene zwischen Redakteur und Spieler vermischt. Aber so ist auch meine Art. Das ist nichts, was ich mir jetzt erlernt habe. So bin ich als Mensch. Das ist mein Empfinden. Ich finde es grundsätzlich immer unangenehm, wenn man komplett drauf tritt. Jetzt werdet ihr gleich fragen, warum hast du einen Joker gezogen am Ende? Gehe ich gleich drauf. Aber ja, das ist mein Hinweis dazu. Weiter geht's. Völlig normal, wenn die Bayern 5 zu 0 führen, gehen die auch nicht mehr ins Pressing, ja. Kann ich verstehen, wäre aber auch wahrscheinlich eher so wie Wirt im Triad-Mode. Das ist ein Erwachsensempfinden und hat viel mit der Erfahrung zu tun. Ehrlich, Pac-Man oder Pac-Mac, glaube ich ehrlich gesagt auch. Punkt. Mega Man. Mega Man hat Wirt wieder mal alleine gecarried. Und da war es natürlich auch wieder super krass, weil Michi hat auch fast einen Boss gelegt. Wirt hat es geschafft, auch knapp. Ich glaube, da ist Michi einfach auch gebrochen, weil ich glaube, er hat gedacht, und ich glaube, das war auch vielleicht ein Problem bei Team Gamestar. Ich glaube, sie haben oft gedacht, ey, die Rocket Beans sind schon viel weiter, viel krasser und dann war es dann aber doch knapp. Ähnlich wie Sarah bei Lonely Mountains Downhill, wo sie dann ja auch die letzte Abfahrt super safe gefahren ist und hätte sie einfach Gas gegeben, auch das geschafft hätte. Ich glaube, diese Einstellung ist bei Haus & Haus tödlich. Zu denken, die anderen sind viel weiter, wir brauchen nichts machen. Das hat auch das Haus & Haus 2 gebracht. Zum Beispiel, als Shorty meinte, legendärer Move, ey, ich bin Monkey Island Speedrunnerin. Da denkst du ja, dann brauche ich nicht mehr anfangen, wenn das glaubwürdig rüberkommt. Hat aber immer gezeigt, ne, genau das andere ist der Fall, mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Und dieser eine Hit, ey, das ist einfach, das muss auch irgendwo in einem Buzz Best of landen. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle jetzt finde, wo Michi einfach einen Hit bekommen hat. Und dann war es vorbei. Ich finde die Stelle jetzt nicht, aber ihr habt es gesehen. Das war auf jeden Fall, oh, das war crazy. Was man aber auch sagen muss, wieder, weil ich möchte jetzt auch mal wieder mein Team loben, ja, Wirt hat es geschafft, um 12 Uhr, ohne zu schlafen, saulang auf den Beinen zu sein. Alle waren ziemlich müde zu der Zeit, weil ich konnte auch nichts dazu beitragen in dem Moment. Wirt hat er alleine gezogen. Ja, Nina war, glaube ich, kurz weg. Sarah ist, glaube ich, kurz mal schlafen gegangen. Wirt war ziemlich auf sich alleine gestanden. Er hat es irgendwie hingekriegt, auch da sich zu konzentrieren. Aber es hat Maurice auch. Muss man auch sagen, Maurice für Maurice ist das Gleiche. Und da war wieder dieses bisschen mehr Glück und Pech. Das war, ey, das ist krass. Einfach krass. An der Stelle ist Jules auch mental gegangen. Ja, glaube ich. Man geht auch schnell mental. Geht seine Waden, ey. Ja, das ist eh unnormal. Bomberman War um, äh, war auch Chaos. War aber auch knapper, glaube ich. Ich glaube, Bomberman war auch knapp. Ehrlich gesagt. Trackmania Ja, da waren, war dann irgendwann die, war ein bisschen gar. War, glaube ich, ja, war auch knapp. Trackmania war auch knapp. Punkt. So. Na gut, doch nicht. 4-1. Doch, 4-2. Ich meine, das war auch knapper, als es dann letzten Endes war. Hier sieht man schon, kompletter Verfall im Team GameStar. Maurice denkt sich die ganze Zeit, what the fuck, was mache ich hier? Michi denkt sich, what the fuck, was mache ich hier? Jules denkt sich, what the fuck, was mache ich hier? Tascha denkt sich, what the fuck, was mache ich hier? Das ist ein gutes Poster. Das gefällt mir. Dieses, das Bild hätte ich gerne als Screenshot. Hätte ich gerne ein Poster von. Können wir das bitte als Poster machen? Also Werbekarten. Tascha denkt sich, ich will den Controller nicht mehr. Nee, behalte selber den Scheiß. Nee, Sarah hat dich abgezogen in dem Game. Ja, es waren alle gut. Es war nicht knapp. Okay. Was hatten wir dann? Da haben wir Eddie und Simon da. Wurde ein bisschen gelabert. Und dann kam Nithalk 2. Ey, Nithalk 2, Leute. Okay, da muss man nochmal sagen, warum habe ich die Karte gezogen? Wir hatten ja noch eine Karte. Er spielt von der Community. Okay, das erkläre ich euch auch. Da war es doch schon so weit. Leute, es war doch schon so krank von den Punkten. Mein Team wollte unbedingt gewinnen. Ich auch natürlich. Aber hat jeglichen Versuch von mir, dieses Spiel irgendwie, diese Sendung irgendwie, weiß ich nicht, noch zu drehen, nicht akzeptiert. Die Community hat eines, bitte versteht mich nicht falsch, die Rocket Beans Community hat, glaube ich, zwei Matches, drei Matches gewonnen. Also hat ganz wenig nur gewonnen. Und jetzt erspielen die uns eine Karte. Und das ist diese Hitman-Karte. Was glaubt ihr, wer ich bin, dass ich das dann nicht annehme und diese Karte zucke? Das war das letzte Game. Und dann ist es auch vorbei. Und natürlich spiele ich diese Karte aus, wenn die Community dazu was beiträgt. So, das ist doch logisch. Ich finde, dafür muss man sich gar nicht rechtfertigen. Das ist doch klar. So. Im Schiffe versenken waren wir richtig gut. So. Dementsprechend, klar, war es dann, dann, Michi war dann für eine Runde raus. Aber er war auch nur für eine Runde raus. Ja. Für eine Runde. Gewinnen ist nicht alles. Ja, das predige ich die ganze Zeit, Karu. Das predige ich die ganze Zeit. Genau das predige ich die ganze Zeit. Aber die Karte muss dann gespielt werden. Die Wute von der Community gezockt. Jetzt fragen ein paar Leute, warum hast du den Joker genommen? Was glaubt ihr, was passiert wäre, wenn ich den erspielten Community-Joker nicht genutzt hätte? Ja. Also was glaubt ihr, was dann passiert wäre? Dementsprechend war es doch gut, dass es nur für eine Runde galt. War doch alles in Ordnung. Und Nithok war eins der Spiele. Wo man sagen muss, es war auch richtig, richtig unterhaltsam und knapp. Ebenso wie Call of Duty. Das waren übrigens meine beiden Highlights. Nithok 2 und Call of Duty. Und Nithok 2, muss man sagen, ich hab's vorher noch nie gespielt. Ich hab mich auch nicht drauf vorbereitet. Ich hab dieses Spiel extra außen vor gelassen, weil ich dachte, ich werd das niemals, ich werd's eh nie spielen müssen. Musste dann aber doch ran, weil der Modus war, alle spielen alles. So bei Nithok. Und muss sagen, es gibt nämlich Kommentare, die schreiben, Nithok 2, das können die bei Rocket Beans, das ist schon Teil des Einstellungsgesprächs. Ich weiß, dass das auch beim Sender lief. Aber das ist auch einfach ein gutes Spiel, wo alle schnell reinkommen. Das hab ich jetzt auch nochmal festgestellt. Das ist schon ein gutes Finalspiel. Und wenn man auch daran denkt, zum Beispiel unser Match, Maurice und ich, wie wir uns da einen abgeliefert haben. Wir waren ja komplett gleich auf. Also es war ja, dieses Spiel wär ja nicht so lang gegangen, wenn wir ein unterschiedliches Skilllevel hätten. Und das war einfach richtig gut. Auch das kann man rausschneiden. Das war ein episches Nithok-Match. Das kannst du rausschneiden als einstiges Video hochladen und es ist einfach geil. Also ich hab wenig mit GameStar zu tun, hatte aber trotzdem Team GameStar gewählt, weil sie anfangs zumindest laut Moderatoren viel weniger waren. Zum Beispiel bei Minecraft. Achso, du meinst bei der Community. Neue Idee, um Snowballing zu finden. Was ist Snowballing? Klärt mich auf. Ich bin, das kenn ich nicht. Wenn Team A x Punkte gewinnt, dann bekommt Team B x Shop-Coins für den Shop, um Joker zu kaufen. Also hätte dann RBTV in der Halbzeit der Spiele nur 6 Coins und GameStar 72 Coins gehabt. Auch das ist möglich. Finde ich auch gut. Oder dass man, oder dass wirklich die Snowballing gleich win more. Aha, okay, das ist Snowballing. Es gibt für alles einen Begriff. Es gibt für alles einen Begriff. Ähm, es war aber cool und das war auch das Feedback, was ich von, ähm, Snowballing war es nicht. Cherry Berlin raided. Hallo Cherry Berlin. Wir grüßen dich. Die, die Leute hier aus dem Stream, die Krogi, Krogianer, die grüßen dich. Hallo Cherry. Wir sehen uns am Donnerstag. Wir sehen uns am Donnerstag. Ich habe eben schon Werbung gemacht für unsere gemeinsame Show. Äh, im Sage Club. Und wir sehen uns am Donnerstag. Und ich hoffe, dass die, die Fans von Cherry Berlin, dass die auch am Start sind. Dass hier auch alle kommt. Donnerstag geht's ab. Hallo Kapu Smoker. Hallo Daniel. Yes, yes, yes. Schön, dass ihr da seid. Weil Cherry macht nämlich auch mit. Cherry macht auch mit bei Jared und mir. Steht auch mit auf der, auf der Bühne und macht geile Action. Und es wird Feuer geben. Cherry ist für Feuer da. Die Flamingo-Armee grüßt zurück. Krogianer, das klingt nach Sci-Fi-Volk. Wir sind ein Sci-Fi-Volk. Wir sind eine Kombination aus Aliens und Echsenmenschen. Aber gut riechend. Das ist unser Style. Pyro Oli, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Yes. Freu mich, ich freue mich schon sehr auf euch. Wir gehen gerade hier mein letztes Wochenende durch. Da war nämlich eine Sendung bei Rocket Beans, Haus & Haus hieß, das 24 Stunden Zocken, zumindest laut Plan, gegen das Team Gamestar aus München. und da machen wir gerade so ein kleines Recap und sind hier auch in den letzten Zügen davon. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid und Leute gerade hier bei mir im Stream vor dem Raid, folgt mal bei Cherry rein und lasst da ein, ja, lasst da ein Follow da. Sehr gut. Hab Urlaub, dürfte also kein Problem sein. Dann sehen wir uns Donnerstag. Krugy ist so ein Typ, wo sogar meine Nicht-Computerspiele-Freundin vom Entertainment-Faktor mitgezogen wird. Ja, das ist doch gut. Darum geht's doch. Ey, darum geht es doch bei solchen Sendungen. Peckmeck, ey. Ohne Scheiß. Geiler Typ. Freue mich, dass ich am Donnerstag auch Feuer machen darf. Ich freue mich auch drauf. Ich finde sowieso, für das alles muss man sich nicht rechtfertigen. Die ganze Kritik wird wieder ein bisschen zu heiß geholt. Das auf jeden Fall. Da bin ich komplett bei dir. Aber ich finde trotzdem auch, man kann das Ganze, man kann das Wasser, was schon kocht in Form von Kritik, kann man ja auch, da kann man ja auch die Herdplatte ein bisschen runterstellen und dafür, das geht aber nur, wenn man darüber spricht. Ja? Deswegen finde ich es ganz gut, dass man das Ganze ein bisschen, oder dass wir, dass ich hier die Möglichkeit habe, das Ganze verbal zu, äh, durchzugehen mit euch. Streamst du eigentlich während der Party? Boah, ey, hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ehrlich gesagt. Das liegt so ein bisschen daran, wie das nett sein wird. Geil wär's natürlich, aber zum, aber erst mal möchte, dass das da voll wird. Ähm, gucken wir mal. Theoretisch reicht dein Handy einfach aufstellen. Machen könnte man's. Überlegen wir uns mal. Herd auf Stufe 3 und runterkühlen lassen. Klingt gut. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's Fachjargon. Ich glaube, es wird schon gut voll. Ja, hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Also. Nithok. Bestes Finalspiel. Finde man kommt gut rein und ich würde sehr gerne das Video von, äh, Maurice und mir, also das Match von Maurice und mir rausnehmen. Würde ich, würde ich machen. Dann viel Spaß und machen uns weiter. Cherry, wir sehen uns Donnerstag. Alles Liebe. Bis dann. Das war wirklich geil. Das war auch einfach so, alle haben Tipps gegeben. Das hat wirklich Spaß gemacht. Nithok war nervenaufreibend. War's auch. War's auch komplett. So ein geiles Match. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch meine, schaust du noch die Best-Offs von Haus & Haus 1 und 2 an? Ja, aber nicht jetzt. Das kann man anders mal machen. Äh, aber gerne. Können wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde mir jetzt erstmal noch hier die Kommentare durchlesen, weil ich das wirklich, ähm, weil ich das interessant finde. GameStar. Super sympathisches Team. Hat Spaß gemacht so zuzusehen. Gerne wieder. Finde ich auch. GameStar und Rocket Beans. Muss ich auch nochmal hier erwähnen. Meiner Meinung nach ist es ein Match made in Heaven. Die Stimmung ist wirklich gut. Also ernsthaft. Maurice, das sage ich euch auch nochmal. Maurice war, glaube ich, wirklich traurig nach, äh, nach der Sendung und hat sowas gesagt wie, ey, ich war, ich habe mich noch nie so unnutz gefühlt. Und dann habe ich, und es ist immer so, wenn man nach so einer Sendung was sagt und das ernst meint, kann es aber trotzdem so rüberkommen, als würde man nur trösten wollen oder was sagen wollen, ähm, um, um Leute irgendwie, ja, um zu trösten. Was ich ihm gesagt habe, und das sage ich jetzt nochmal, Maurice ist so ein unterhaltsamer Typ, dass es so wichtig war, dass er dabei war, egal, ob er jetzt irgendwelche Siege reingeholt hat oder nicht, es war einfach geil, dass er da war. Es war einfach richtig geil. Genauso war es mega, dass, äh, Jules dabei war. Was für ein sympathischer Typ. Und Michi, mega. Daniel, hat super moderiert. Das war einfach alles total geil. Und nochmal, äh, besonderes Lob auch an Tascha, die einfach sagt, ich habe keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich setze mich da hin, zocke, habe womöglich irgendwie den Hate vom, äh, vom Internet, äh, auf meiner Seite, wenn ich irgendwie nicht so abliefer, aber die hat das einfach auch komplett souverän runtergerockt und war irgendwie super sympathisch und kernsympathisch. Also einfach geil. Super lieb, super cool, hat mega reingepasst. Ähm, dementsprechend meine ich das doch ernst, wenn ich sage, ey, Respekt, dass die Leute so lange bis zum Ende hin so geil bei der Sache waren und durchgezogen haben. Das meine ich ehrlich. Und das habe ich auch in der Sendung gesagt und ich weiß, dass das dann so falsch rüberkommen kann, wenn man in einem Team sitzt, was gerade so viele Punkte eingeholt hat. Aber, äh, ich bin halt nicht so. Ich meine das wirklich ernst. Ich fand es richtig gut und ich würde mir wünschen, dass Gamestar und Rocket Beans zukünftig mehr miteinander macht, weil das einfach geile Leute sind. So. Punkt. Ist einfach geil. Und diese Autofahrt am Anfang hat schon gezeigt, dass es geil ist. Also dementsprechend, die Grille, absolut guter Kommentar. Ich hatte mich gestern Abend gewundert, dass ich, äh, als ich vor 20 Uhr noch einschalten wollte und feststellen musste, dass der Stream bereits beendet war. Gut, bei dem Punkt stand auch kein Wunder. Wie in einem anderen Kommentar bereits gelesen, hätte ich mir den Shop und die Booster zurückgewünscht. Das hat es beim ersten Haus in Haus besonders spannend gemacht. Ich kann mich noch mit Freude daran erinnern, als Simons Team die Couch von Eddies Team ergaunert hat. Das war toll. Mal sehen, wie es nächstes Jahr läuft. Ja, also das Grundfazit oder Grundfeedback von euch ist auf jeden Fall, ihr habt Bock auf Karten und ihr habt Bock auf, ähm, auf den Shop. So. Ja. GameStar, ihr habt echt alles gegeben und seid extrem sympathisch geblieben. Ich muss zugeben, wenn ich anfangs eher zu RBTV gehalten habe, seid ihr mir, liebes GameStar-Team, immer mehr ans Herz gewachsen. Schämt euch nicht, es hat mega Spaß gemacht und ich denke, ihr habt damit weitere Fans gewonnen. Mich auf jeden Fall danke an alle Beteiligten. Christoph, ja, ist doch geil. Props an die GameStar. Äh, oh, nach dem Boden. Wieso gibt es so wenig Aktionskarten? Die drei Einzel-Speedtran-Stationen fehlen mir auch, siehe Staffel 1. Die fehlen mir gar nicht. Da möchte ich persönlich als Mitarbeiter des Hauses ein komplettes Veto einlegen, die fehlen mir ganz und gar nicht. Das ist dann für mich so als Zuschauer so wie bei, ähm, wie bei Goat Simulator, das ist mir zu viel Input. Also die fehlen mir gar nicht. Finde es irgendwie schade, dass doch hauptsächlich RBTV-Spiele-Klassiker gespielt wurden beziehungsweise Spiele, die schon als Event vorher gespielt wurden, wie zum Beispiel bei Hotline Miami. Da ist bei RBTV schon zusätzlich ein Vorteil, Gamestar als PC-Spiele-Magazin nur an die Konsole zu zocken, zu hocken, auch etwas kritisch. Generell bin ich aber großer Fan vom Format. Äh, ja, habe ich hoffentlich schon etwas zu gesagt. Also ich finde auch, es gibt Spiele, da kann man drüber nachdenken, aber alle Versus-Spiele, die wir im Vorfeld wussten und die Spiele, die dran kamen, sind Videospiele, die man schon gespielt haben kann. Und die jetzt nicht komplett utopisch sind, muss ich ehrlich sagen. Und dass man sagt, PC-Games spiele ich nicht mit Controller, weil das ist meiner Meinung nach der einzige Unterschied, lasse ich auch nicht gelten. Dass jetzt kein Strategiespiel dran kam, klar, kann ich komplett nachvollziehen, das ist schade, weil das natürlich auch Maurice gut gefallen hätte, aber insgesamt finde ich nicht, dass das RBTV-Spieleklassiker waren. Wirt war einfach gut. Man muss es einfach mal so sagen, Wirt und Sarah waren einfach sau gut. Und da weiß ich jetzt nicht, was man hätte nehmen müssen, dass das anders wäre. Es hätte auch wirklich anders ausgehen können. Strategie ist auch schwierig, in so einem Format umzusetzen. Also ich finde, es hätte auch alles anders ausgehen können, aber Wirt war einfach krass. Und ich finde es halt nicht, dass das RBTV-Spieleklassiker waren. Die Gamestar ist ein ernstzunehmendes Videospielmagazin. Das sind alles geschätzte Videospiel-JournalistInnen. Da verstehe ich nicht, was das bedeutet. Das sind ja keine Leute, die noch nie gezockt haben. Das ist ja Quatsch. Keine Ahnung. Ich weiß dann auch nicht genau, was dann in dem Kopf vorgeht. Dass das Ergebnis jetzt blöd ist, da bin ich ja komplett der Meinung, auch der gleichen Meinung. Finde ich auch komplett unfair und schade. Und man kann dann ja auch am Ende sich nicht so freuen, als wäre es auch laut Papier knapp gewesen. Aber es war halt doch knapper, als das Endergebnis vermuten lässt. Weil viele Spiele knapp waren. Ach, gibt ja noch sowas wie Worms oder Mario vs. Rabbids oder andere unten basierten Sachen. Muss ja nicht gleich SIP 6 sein. GameStars mehr PC, GamePros mehr Konsole. Ich mag die GameStars viel lieber. Ja, ich verstehe das. Ich sehe aber, trotzdem ist es so, dass man auch, dass Videospiele auch ein Gamepad beinhalten. Ja. Man muss Spiele nicht gut spielen können, um sie zu bewerten. So, ich... Nee, also das stimmt nicht. Bin ich... Ich sehe es anders. Ich sehe es... Ich sehe es nicht so. Ich finde nicht, dass das... Dass es jetzt... Also die Spieleauswahl war gut. Punkt. SIF, was heißt das? Civilization. Das ist ein Spiel, was Maurice unheimlich gut kann. Er hat auch beim letzten SIF-Gipfel, wir haben bei Rocket Beans, auch so eine Sendung, die sich nur um Civilization dreht. Kompetitiv. Ich glaube, sechs Spieler waren es, die gegeneinander angetreten sind. Das geht auch über mehrere Stunden, weil das Spiel einfach auch sehr viel Zeit frisst. Da hat Maurice abgerult. So. Und hat einfach auch gezeigt, er kann es auch. Er kann es auch richtig gut. Seine Streams macht er ja auch genau diese Games. Und das ist einfach saugeil. Aber ich würde auch gerne Maurice bei Call of Duty sehen. So. So, das... Ich weiß nicht. Ich sag einfach nur, Wirth und Sarah waren einfach krass. Ja, Nina auch. Nina war auch in den Games, die sie gezockt hat, richtig gut. So. Aber das heißt nicht, dass die Games der Leute scheiße waren, weil die waren auch super gut. So. So soll ich denn sagen. Nur Wirth war einfach noch einen Tacken krasser in vielen Spielen. Und das hat dann wahrscheinlich auch das Quäntchen ausgemacht. Ich fand die Spielauswahl auch nicht grundsätzlich schlecht, aber steckt die Fähigkeit in die gleiche Kerbe. Ja, Blazing Chrome und Cuphead beispielsweise. So was, meinst du? Mega Man? Mario Maker? Ich verstehe, was du meinst. Aber es sind alles große Serien. Das kann man schon bringen. Also. Haus an Haus 4 ist ein Gegner. Gamsch war. Perfekte Mischung. Schönes Format. Ganz viel Liebe an Team GameStar. Generell ein sehr schönes Format. Aber der Shop und die Aktionskarten haben gefehlt. Ja, das ist, glaube ich, so der größte Punkt von euch. Bitte die Einspieler der verbalen Ergüsse von Nils und Maurice nachträglich gern einfach als Blackscreen-Hörspiel hochladen. Tausend Dank im Voraus. Das waren auch viele Leute. Leider ist mir eher... Also es kommt viel, viel, viel Positives. Aber gehen wir nochmal auf eine negative Sache ein. Leider ist mir eher Negatives aufgefallen und nur wenig Positives. Es waren leider auffällig viele Spiele aus dem RB-Kosmos. Gefühlt spielt man im Hause RBTV schon beim Vorstellungsgespräch Nithalk. Da wäre etwas mehr Balancing schön gewesen. Irgendwie kam mir das Event sehr durchgetaktet und starr vor. Es hatte gefühlt wenig Dynamik und nicht den Charme von Haus und Haus 1. Die GameStar wahrscheinlich hat sich gut geschlagen. Größter Respekt, dass sie noch durchgezogen haben. Wahrscheinlich wäre jeder andere schon bei der Hälfte komplett tilt gewesen. Absolut. Das ständige Hören der beiden Häuser und Monatoren war manchmal etwas viel und ab und zu hätte ich die Monatoren auch gerne gesehen. Wünschenswert wären hier drei Kanäle. Klar war es ein Spondering, aber eine andere Belohnung als Kaffee wäre auch schon mal schön gewesen. Irgendwann hat man einfach genug davon. Wie viel soll man denn mit der Zeit trinken? Wenn ich mich nicht verhört habe, haben die Siege der GameStar keinen Unterschied gemacht. Dann lohnt es sich ja nicht mal die ersten 4 bis 5 Stunden zu schlafen und dann ausgeruht aufzufahren. Ne, du hast dich verhört. Natürlich hätten die Siege einen Unterschied gemacht. Das stimmt nicht. Jeder Sieg hätte noch einen krassen Unterschied gemacht. Hörende Häuser haben wir schon besprochen. Bin ich voll dabei. Drei Kanäle wären mega geil. Passt. Irgendwie kam das Event durchgetaktet und starr vor. Kannst du so sehen. Aber es muss durchgetaktet sein, sonst läuft da gar nichts. Besonders wenn Leute einfach keinen Schlaf haben. weiß ich nicht, wie man das ändern könnte für dich. Food, kein Plan. Aber muss man mal drüber nachdenken. Ja, und das mit den Spielen haben wir ja gerade schon nicht gesprochen. Es trifft nicht meine Meinung zu. ich finde das sind, also Nidhogg habe ich beispielsweise noch nie gespielt und Maurice und ich hatten das geilste Nidhogg-Match aller Zeiten. Das wäre nicht, das wäre nicht drangekommen, wenn wir Nidhogg nicht gespielt haben. Und das Nidhogg bietet sich schon an für so eine Sendung. Total. Das hat aber nichts mit Rocket Beans zu tun, sondern weil Nidhogg ein gutes Spiel für so eine Finale ist oder für so eine Sendung ist. Warum soll man das Rad immer neu erfinden? Also, keine Ahnung. Hat GameStar euch Feedback gegeben? Wir haben uns natürlich noch unterhalten, selbstverständlich. Also, das meiste Feedback von der GameStar war, dass sie einfach das richtig schön fanden, wie es organisiert war, dass sie sich sehr wohl gefühlt haben, dass die auch Bock hatten, mehr mit uns oder Bock haben, mehr mit uns zu machen und dass die trotz des Ergebnisses echt happy waren. Das war auch das, was Jules mir gestern noch gesagt hat, dass die, dass viele Matches so eng waren. Auch zum Beispiel jetzt am Ende Nidhogg, dass es so eng war. Das fanden die, das fanden die alle cool. Und die haben sich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Und die Community hat die auch natürlich super gut aufgenommen. Ist ja auch geil, auch ja nicht immer so selbstverständlich. Also, ich glaube, unterm Strich war das Feeling mega geil. Natürlich hätten sie sich auch gewünscht, dass die Ergebnisse anders ausfallen. Das ist ja auch logisch. Keine Frage. Aber es gab jetzt nichts, wo ich jetzt, wo mir jetzt direkt aufgefallen ist, okay, da ist jetzt richtig Herzblutkritik. Das ging gar nicht. Sowas ist überhaupt nicht gefallen. Und das ist natürlich total geil. Und zeigt ja auch, dass es unterm Strich gut war. Was es ja auch war. Also, ich fand es war super unterhaltsam. Ich hätte auch gerne gehabt, dass es länger ging. Sage ich euch ehrlich. Ich hatte auch lieber eine längere Sendung gehabt. Nee, keine strukturellen Sachen kritisiert. Wirklich nichts. Gar nichts. Vielleicht kommt ja noch was mit ein bisschen Schlaf. Aber Jules hatte gestern auch so ein Nachgespräch, Stream bei sich auf dem Channel. Brot und Videospiele. Kann ich hier einen Shoutout machen? Wie mache ich einen Shoutout, Leute? Wie kann ich einen Shoutout machen? Shoutout. Shoutout. Brot und Videospiele. So. Ich habe einen Shoutout gemacht. Ich kann jetzt einfach folgen dem Jules. Easy. Der fand das alles geil. Und ich glaube auch den allen so. Das war auch gut. Wie gesagt, Maurice hatte ich mir am Ende auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass er jetzt so richtig mental gebrochen ist. Ja. Aber passt. War nicht der Fall. Also ich meine es auch wirklich ernst. Alle haben ja Entertainment-mäßig abgeliefert und es war geil. Passt. Und Sarah, Janina, wie hat größten Respekt an eure Seite? Habt ihr über die Umarmung von Jules und Janina geredet? Lol. Welche Umarmung? Ich habe es nicht mitgekriegt. Keine Ahnung. Gab es Grabber? Gab es Grabs? Gab es Sexismus? Weiß ich, was ist das für eine Frage? Ja, Maurice lässt seine Wut einfach beim nächsten Siv-Gipfel einfach wieder Nils aus. Richtig so. Superschöne, lange Umarmung. Ne, habe ich nie mitgekriegt. Sollen, ey, alle lieben alle. Sollen sich umarmen, wie sie wollen. Gab eine sehr süße Umarmung direkt vor der Kamera nach Call of Duty. Ja, hersteckt Zwinky Zwonky oder was? Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Also weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Egal. Hat es schon im Forum geschrieben. Vielleicht jedes Team eine Liste mit Games einreichen lassen und dann wählt die RBTV-Redaktion 1,2 daraus aus oder so. Das ist auch eine schöne Idee. Kann man ja auch so gestalten. Und warum es sowas wie Bierpong nicht gab, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, es hat auch alles was damit zu tun, wie der Aufwand ist. Also Aufwand von einer Sendung, ich glaube, man kann sich das schlecht vorstellen. Das ist aber nicht einfach so, sowas ist nicht einfach so gemacht. In vielen Aspekten nicht. Organisatorisch im Vorfeld mit Teams das abzusprechen, mit Werbepartnern das abzusprechen, dann die technische Umsetzung durchzuführen, das ist alles viel, viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Und das sage ich nicht, um jetzt irgendwie Rocket Beans zu schützen, das sage ich einfach, weil es immer so ist. Das ist auch bei Loot für die Welt so gewesen, bei den Jungs, bei den Freuds. Auch mega geil, vor zwei Wochen, wie es da ablief. Das ist aber alles überall anstrengend. Das ist einfach überall sauviel Aufwand. Man ist einfach auch gewohnt, dass Sendungen, die man so sieht und die so einen Look haben wie eine Fernsehsendung, dass sie sich genauso anfühlen, dass sie sich genauso anhören und dass alles perfekt ist. Dass alles immer auf einem ganz hohen Level ist. Und ich finde es wirklich so und ich weiß, dass viele Leute auch gerne Salz in die Wunde steuern oder Benzin ins Feuer kippen und dass viele Leute auch Bock haben, dass Rocket Beans brennen soll oder so. Ich weiß das alles, aber die Realität ist die, Rocket Beans macht einen verdammt guten Job und ich bin super stolz darauf, bei so einem Laden zu arbeiten. Da bin ich von überzeugt. Das ist einfach so. Weil die Leute dort einfach mit Herzblut dabei sind, einen geilen Job machen, allesamt. So, ich muss einmal zur Tür. von der Tür. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, das soll aber nicht sein. Ich glaube, der Plan ist schon, dass wir geil planen und geile Sachen machen und dafür halt die Streams haben. Ich bin kein Fan der Senderumstellung gewesen, weil einige Streams ja lustlos, in Klammer, Eddies Elden Ring Stream zum Beispiel wirken und dann der krasse Gegner dazu andere Leute wie wir oder du so viel Zeit und Lust reinstecken und teilweise weniger Anerkennung bekommen als die anderen. Aber das ist das Internet. Und damit möchte ich jetzt auch nochmal nicht sagen, dass Eddies Streams lustlos sind. Das finde ich einfach ist unfair, das hier gerade zu besprechen, weil ich das auch nicht so sehe. Aber Menschen sind unterschiedlich. Ich habe mich aber auch bewusst, ich kann auch nicht für Wirt sprechen, ich kann nur für mich sprechen und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, dass ich hier Musik machen möchte, Mittwachs beispielsweise und Trommel. Das ist bestimmt nicht was für alle und wenn ich zocke, ist das auch nicht was für alle. Aber das ist doch immer so gewesen. Das Leben ist nicht immer fair, wenn ich daran denke, was grundsätzlich in der Welt abgeht. So ist es halt. Aber trotzdem ist es doch gut, wenn man seinen Sachen treu bleibt. Weiß ich, das ist doch okay. Wenn man das macht, was man mag, dann ist es doch auf jeden Fall schon ein guter Weg, glaube ich. So und wir tauschen uns hier gerade aus, es gucken gerade über 400 Leute zu, warum soll ich mich beschweren. Es ist doch mega geil. Wenn 100 Leute zugucken würden und mir zuhören, wenn ich gerade was zu erzählen habe, ist doch auch mega geil. Es ist doch einfach nur mega prädestiniert. Ja. Das, genau. Und Eddie macht halt auch so ein Ding und sie ist bestimmt nicht langweilig, wird ja gerade geschrieben. Und er sein Ding macht. Ja, genau. Es ist doch auch schön. Ich habe da, wir sind einfach unterschiedliche Menschen. Bei mir bist du auch wieder auf der Frontpage von Twitch. Jetzt gerade? Geil. Ich finde es oft schade, dass oft während des Livestreams von Erbit von andere aus dem Team selber streamen. Geil, verdient. Lektor, ich grüße dich. Mit Prime rein abonniert. Vielen, vielen Dank. Eben, das ist der springende Punkt, Rogi. Man kann es nicht immer allen recht machen und die Vielfalt an sich lockt die Leute auf Twitch. Genau, exakt. Für mich ist es einfach so, wenn alle Elden Ring spielen, zur gleichen Zeit habe ich keinen Bock mehr auf Elden Ring. Heißt aber nicht, dass ich nicht Elden Ring zocken will. Das mache ich aber lieber dann, wenn wir alles nicht mehr machen. Weiß nicht, ob du das geplant hast, aber findest gut, dass du dich gerade dem Feedback... Ich mache das eigentlich immer, wenn ich hier quatsche. Da gehe ich eigentlich immer auf Feedback ein. Heute bei Haus & Haus ist es ja einfach, weil ich habe Kommentare, darauf kann ich eingehen. Aber ansonsten gerne. Wer schreiende und hyperaktive Streamer will, Streamer will, soll umschalten. Speaking of, wann kommt wieder God of War? Die Tage. Mehr Okkultismus im Stream. Habe ich auch schon überlegt. Wie wäre es, wenn wir auch mal eine schöne Satansmesse im Stream halten? Das wäre... Mal gucken, wie das ankommt. Krogi ist einfach der Netteste. Vielen Dank. Ja, ja, da kommen schon die Illuminaten. Da kommen die schon alle raus. Schwarze Messen sind immer unterhaltsam. Wann gibt es mal wieder einen Nachtstream mit Kamera? Ey, ich habe mit... Ich möchte wieder einen Shoutout geben. Ich habe einen Call gehabt mit Pappfrisch, mit Pappfi und mit Ronny Bergers. Pappfrisch und Ronny Bergers wollen nach Hamburg kommen und wir wollen geocachen in der Nacht. Das ist doch nur geil. Also, da wird es was geben demnächst. Pappfrisch, Ronny Bergers und Krogmann. Das ist eine gute Kombi. Das ist... Das ist wirklich eine sehr gute Kombi. Ich habe gleich ein Meeting, Leute. Ich kann gar nicht mehr so lange streamen. Ja, Wally kann auch gerne mitkommen. Was macht man genau? Man sucht Schätze. Man sucht Schätze im Wald. Vielleicht am Freitag noch ein Eichhörnchen-Stream aus Berlin? Ich weiß es doch nicht. Ne, ich kann euch nicht mit ins Meeting nehmen. Ronny Berger, Entertainer wie Krogi. Shoutout, Ronny Berger. Geiler Typ. Auch Pappfi. Ne, es geht um... Soll ich euch Spoiler haben, warum es geht? Es ist ein Meeting Hamburg vs. Spandau. Das kann ich euch nicht mitnehmen. Das ist Confidential as fuck. Wahrscheinlich darf ich noch nicht mal den Titel erzählen. Oh shit. Oh shit, ja, ja. Bist du nach dem Meeting wieder online? Ne, kein Bock. Ich bin auch schon drei Stunden online gewesen. Wir haben über Haus und Haus geredet. Ich lade es auch genauso hoch. Folgt meinem YouTube-Kanal, Leute. Das würde mich freuen. Haben wir schon Kommentare unter meinem... Unter meinem Video eigentlich? Unter dem Haus und Haus Video. Ich gucke direkt rein. Gibt es da schon Feedback? Es gibt nur ein Kommentar. Es gibt nur ein Kommentar bei diesem Video. Welcome bei Krogis Hamburg-Tour. Mehr nicht. 208 Aufrufe, aber erst ein Kommentar, weil das war ich selber. Könnt ihr mal bitte hier kommentieren und den YouTube-Algorithmus füttern? Kann das mal bitte... Claire, du bist doch hier Mod. Kannst du mal dieses Video nehmen von meinem Channel und reinballern in den Stream? Ich war live dabei. Ja, dann schreibt das doch unter das Kommentar. Ich war live dabei. War super nice. Ja, schreibt das doch rein als Kommentar. So. Schreibt doch rein. Ihr wollt eine okkulte Messe haben. Wie geschockt du aussiehst. Jetzt oder hier in dem Video? Ich weiß nicht. Ich finde, ich habe mich nicht großartig verändert. Von Freitag zu jetzt. Ich finde, ich habe noch Ähnlichkeiten zu dem Typen hier. Hier, da ist das Video. Geht ihr jetzt drauf? Claire ballert rein. Okay, klar reicht. Danke. Claire, danke. Jetzt haben wir es geschafft. Klickt ihr jetzt drauf und schön kommentieren. Ich will jetzt einen Kommentar lesen. Also, Refresh. Haben wir schon eins? Ja, wer kommentiert? Ich bin doch geschockt. Jetzt hat... Vier Kommentare. Wo sind die? Aha. Aha. Also. Naruru. Hallo, guck mal, du geiler Typ. Wird abgeliked. Mihara, ich war nur am Ende live dabei. Kannst jetzt nachholen. Kannst es jetzt nachholen. Kneke. Knekebrot für alle. Das heißt Knecke. So. Richtig geil. Ich war live dabei. Ja. Knekebrot. So. Krogi, Commentwunsch. Immer klar. Danke. Banger. Filinchen. Moin. So, haben wir schon mehr? Kommen noch mehr Comments rein? So macht man das. So macht man den YouTube-Algorithmus. Man zerstört den mit den eigenen Waffen. Man zerstört YouTube mit den eigenen Waffen. Super, by the way. Einen okkulten Stream wäre mal nice. Beste Pre-Show. Danke. Mann ging das ab. Ich raste aus. Ja, Mann. Super Video. Toller Schnitt. Und das hier ist ein völlig ungezwungener Kommentar. Mit mehr als sieben Wörtern. Mega geil, Hennemensen. Für den Algorithmus. Für die Freiheit. Wann okkulte Messe. Seht ihr? Man macht einfach YouTube mit den eigenen Waffen kaputt. So läuft es doch richtig. So muss es laufen. Vielen Dank. Sehr guter Chat. Selten so gute Chat-Interaktion gehabt, wie bei diesem Stream. Einfach nur Hammer. So, gehen wir nochmal kurz aufs Twitch-Dashboard drauf. Was haben wir hier? 1.121 Abonnenten, Leute. Nur geil. Vielen Dank dafür. Das ist Ehre. Freue ich mich sehr drüber. Ich grüße alle Bots, Echsenmenschen und Supporter. In meinem Herzen seid ihr alle gleich verankert. Und was habe ich noch mitzuteilen? Achso, wir können auch gucken, wie viel Geld ich mit YouTube verdiene derzeit. Hier wird alles transparent dargestellt. YouTube Money sieht wie folgt aus. Oh, ist auf Platz 1. Krogis Talent Taxi ist auf Platz 1. Dank euch. Sehr erfolgreiches Video. Geschätzter Umsatz. Leute, es läuft immer besser bei YouTube. Jedes Mal, wenn ich gucke, wird es weniger. 47,46 Euro. Äh, 64. Jetziger YouTube-Umsatz bei Michael Krogmann. 47,64 Euro. Einfach Hammer. Tausend Dank. Liebe geht raus. Hey, 47 Euro. Immerhin. Absolut. Das ist hier wird alles. Das ist der Jahresumsatz. Davon kann man gut leben. Das ist es. Einfach nice. Also, Abos werden hier gerne genommen bei Twitch. Ihr wisst Bescheid. Äh, yo. So, jetzt aber zurück. Und wir machen einen Raid. Weil dieser Stream ist gleich vorbei. Denn ich habe ein Meeting. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dieses Video bei YouTube kommentiert und liked. Und was auch immer. Ich möchte noch meine neuen Freunde von der GameStar grüßen. Ich möchte Jules grüßen. Ich möchte Tasha grüßen. Ich möchte, ähm, Daniel grüßen. Maurice und Michi. Die neuen Freunde kennengelernt am Wochenende. Sehr, sehr schön. Und ich denke, mit diesen Worten können wir doch direkt Maurice Weber raiden. Und einfach mal sagen. Ne, nicht Maurice. Warum nicht? Bitte nicht Maurice. Was ist mit dir? Was ist mit dir, Jiggy? Ich entscheide selbst. Jetzt erst recht. Gestern haben wir die Freuds geradet. Heute geht es dann zu Maurice. Der soll aber auch mal seine Follower bei uns. Der soll auch mal ein paar Follower abgeben, ja? Der soll auch ein bisschen Follower abgeben. Okay. Doch, doch. YouTube, es war mir eine Freude. Twitch, es war mir eine Freude. Wir sehen uns bald wieder. Donnerstag, wie gesagt, Auftritt in Berlin. Deswegen morgen Abend kein Drumstream. Mittwochs sonst immer Drums hier bei mir. Morgen nicht. Und, äh, ja. Bleibt sauber, geschmeidig. Und hab schon ein Follower bei Maurice. Ja, die Leute von Maurice sollen bei mir folonen. Es soll genau andersrum passieren. Maurice ist der größere Streamer. Maurice ist der bekannterer Streamer als Michael Krogmann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und in diesem Sinne schicke ich euch rüber. Tschüss. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Alle seiten sind dieинstit �